Moin Moin Lange nicht mehr gestreamt, lange nicht mehr an Planet Zoo gewesen ein bisschen verloren das neue Update ist draußen ich hatte zuletzt angefangen Gehege hier zu bauen allerdings ist die Neugier auf die neuen Tiere respektive auf die neuen Dekors natürlich viel viel größer ich habe noch gar nicht richtig reingeguckt welche Tiere es überhaupt gab konnten wir das ganze weiter sortieren ich guck nebenbei einfach mal rein und zwar vielleicht ein bisschen laut ne öffne dich simsalabim nein warum kann ich dich nicht anklicken ich kann dich einfach nicht anklicken hervorragend na jetzt danke ok den Trailer wollen wir uns nicht angucken was haben sie da drin was haben sie da drin Karriereszenario 200 Szenarien Objekte 5 neue Tierarten Rotfuchs Nacknasen Wombat ein Wombat den Streifen Kunk und den Nilflughund ok ich würde gerne die Wombats haben also als erstes wie geil ist das denn Nacktnasen Wombat ok ich glaube dafür brauchen wir gleich ein Gehege Nacktnasen Wombat das ist cool nicht gefährdete Tierart nicht gefährdete Tierart ist ein relativ kleines Gehege ok ziemlich kleine Gruppengröße maximal zwei Tiere 225 das könnten wir also irgendwo auf einer kleinen Ecke setzen ein Weibchen haben wir bevor wir gar keins kriegen nehmen wir das Männchen dazu müssen wir nur mal einen Platz finden auf die Schnelle nicht das hier wegnehmen könnte das auf die Ecke passen da wir das eh zubauen wollten könnte man hier das Gehege hinsetzen da sind wir uns doch gar nicht sicher was wir daraus machen man könnte es hier zwischensetzen oder man könnte es auch hier reinsetzen wir wollen eh als erstes diesen Bereich irgendwie zubauen respektive hier ja das wäre natürlich auch cool aber eins nach dem anderen ne wenn ich das hier nochmal planiere und nochmal gerade mache ja mein Turm muss ich auch nochmal fertig bauen ne der ist halt so unspektakulär möchte ich mal behaupten aber hier könnte ich das auch hinbauen das würde mir ganz gut gefallen einfach gar keine Ansprüche ne minus 4 bis 38 Grad hier könnte ich aber auch einfach Deko reinsetzen und der Wege müsste eigentlich nochmal weg oder oder das ist halt auch die Frage ich glaube hier ein kleines Gehege nochmal reinsetzen ist auch eine Option aber was mir hier die ganze Zeit nicht gefallen hat ist halt diese komische Bewegung diese diese Ecke das gefiel mir einfach nicht also so Größe das planieren wir uns einmal ein bisschen gerade sehr gut aus Aber von 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 es ist ein Musik Naja, ist besser als vorher Oder? Zumindest nicht mehr so abgehackt Ich meine, das kriege ich nicht gelöst Das ist nun mal so Das muss ich so annehmen Aber ansonsten ist es okay Aber hier könnte ich eigentlich mit dem Gehege abschließen Ah, ist so schwer Ich weiß nicht, ob ich da hinsetzen soll Oder hier Wir wollen ja auf jeden Fall irgendwann den Schulterschluss hinbekommen Wenn ich das hier zumache und hier offen lasse Dass man hier gucken kann Und hier nicht Dann wäre das schon okay Ah, eventuell mit den Wänden Hier an der Seite zumachen Oder ich nehme hier die Hecke Und setze sie hier wieder ran Das ist ja auch eine Option Ich glaube, mir gefällt es ganz gut hier Da die so anspruchslos sind Können wir das auch relativ glatt halten Ich denke mal, groß ausbrechen können die auch nicht Das ist ja gar keine Grenzanforderung Die sind halt ziemlich lieb Muss man dazu sagen Scheinbar Teufel ist ein Eichhörnchen Überall wieder rasen Dadurch, dass ich das glatt gemacht habe Das können wir so nicht lassen Das können wir so nicht lassen Das kommt dabei raus Schweine schmeißen überall den Müll hin Braucht ein paar mehr Mülleimer So geht das ja nicht Aber das kommt Stück für Stück Äh, Quatsch Wir fangen mit Barriere an Und dann denken wir uns mal Irgendwas Schönes aus Ah, wir können das über einen Einwegspiegel machen Das funktioniert schon In welche Richtung ging das denn? Ich glaube in dieser, ne? Naja, hier war grau Hier war's grau in grau Ähm Winkelausrichtung nehmen wir auf jeden Fall mal raus Die Länge können wir lassen Und ich würde vermuten Wir fangen hier vorne an Jawohl Wir wollen noch ein paar Steine Oder Pflanzen davor kriegen Das geht mir schon ein bisschen zu weit raus Das müssen wir uns noch mal Überlegen Nope Darf man bei Wombats durchlaufen? Gefällt uns das Dass das so weit weg ist? Nope Joa Darf wir von diesem Komplett Ich baue alles gerade und eckig Wegkommen wollen? Das glaube ich Okay Ah, jetzt kommen wir da nicht rum, ne? Hm, 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 hm Nee, das ist so uncool Nein, 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 nein Ja, dann setzen wir eine schöne Pflanze auf die Ecke Das müssen wir ja nicht so krass rumziehen Entschuldigen Sie bitte Da stehende Kamera im Gehege Ah, noch nicht ganz Soll ich die ein Stückchen kürzer machen? Ach, Mann Kann man die umdrehen? Ach, wie ging das mit dem Umdrehen von den Spiegeln? Ich hab das doch jetzt nicht umsonst gebaut, ne? Konnte man das umdrehen? Oh, ich hab das so lange nicht mehr gemacht Verdammt Ja, ist egal Übung macht den Meister, ne? So rum müssen wir irgendwie müssen wir so rumkommen, richtig? Ja, und bauen wir jetzt so rum Haben wir doch gerade eben auch, oder nicht? Müssen wir erst wieder ein kurzes Stück bauen Aber dann können wir doch eben so ein 5 Meter Stück bauen Und da können wir die Tür hinsetzen Hier hinten kräht nachher kein Hahn nach, wie das aussieht Also fast nicht Außer wir selber Und hier gerade rüber Dann könnten wir hinterher noch ein bisschen Deko setzen Ich hoffe, dass wir das irgendwie umgebaut kriegen nachher Ich hätte das gerne wie bei den zwei Kleingehängen am Hauptweg Auf zu hupen da draußen Sonst komme ich gleich mal raus Wir wollen nicht gerade bauen Wir wollen nicht gerade bauen Nein, hör auf mit dem Perfektionismus Wir wollen so krumm bauen Aber nicht so krumm Oh, Leute Wir müssen von diesem deutschen Aktionismus wegkommen Immer alles im Winkel zu bauen Wirklich No Kann ich zurückklicken? Bitte Danke Warum macht er das falsch rum die ganze Zeit? Herr schafft Zeiten Kriege ich das gedreht? Weiß das jemand? Dass mir das nicht auffällt, ne? Macht mich ein bisschen kirre gerade Ich glaube, ich werde auf der Ecke halt auch einfach nicht glücklich mit dem Gehege, wenn ich ehrlich bin Aber es nützt ja nichts Irgendwo muss ich damit hin Sieben Meter Sieben Meter Reicht nicht, ne? Sehen wir auf sechs Meter Hier ist der Weg Richtung Und äh, da geht das Der kann ich das auch Ja Gut, wir können uns das Ganze ja noch so ein bisschen hinziehen und zuppeln, wenn wir das haben wollten Aber prinzipiell Fürs Erste würde ich von der Größe ja sagen Es ist eh schon viel zu groß Nee, 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 nee Aber hier wollen wir Äh, Glasgehegereingang Das Stück ist hier so gerade, ne? Das sieht halt ein bisschen unmöglich aus Steine, Holz Steine, Holz Die Frage ist, ob ich diese Wandelemente Nee, nicht die Die sind es Ob ich die runterziehen kann Ob ich die in die Erde ziehen kann Das müsste passen Wenn ich die in die Erde ziehe Könnte das schick aussehen Die könnte ich vernünftig drehen Die könnte ich auch ansetzen Die sind schwierig zu drehen Wir nehmen uns mal die Vielleicht können wir da im unteren Bereich was Schönes draus bauen Aber ist es nicht versprochen Und ging das mit X Ging das Wir hoffen Hier müssten wir die Wand ja komplett zukriegen Das könnten wir machen Ich denke mal Wir werden davon ein oder zwei Elemente Auf jeden Fall ändern müssen Da werden wir nicht ganz mit hinkommen Wir müssen theoretisch noch weiter drehen Wenn wir uns das angucken Weil jetzt überschneidet sich natürlich das schon Wir müssen es schon im Gegensatz werden machen Glaube ich Jetzt hängen die Pflanzen eigentlich nach unten, oder? Ändern wir uns das Element ab? Oder sieht das einfach nur doof aus als Barriere? Nee, geh weg Mit der wollen wir nicht reden Boah Schwierig Also dass die Pflanzen hier natürlich eigentlich runterhängen Sieht doof aus Natürliche Barriere könnten wir da bauen Aber es wäre sehr, 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 sehr umständlich Hier mal eine bessere Idee Wahrscheinlich baue die selber eine Barriere Genau Nee Nee, nee, nee Ich glaube, das sieht dabei nicht aus Wir müssten wenn schon das hier nehmen Die Landfläche ist einfach Zehntausendmal zu groß für die Wombats Wir brauchen echt nur ein kleines Gehege Da können wir irgendwas anderes reinsetzen Da auch Das ist zu viel Da verlieren die Tiere sich drin Wir haben hier noch ein kleines Gehege Hier könnten wir Wombats reinsetzen Hier müssten wir nur die Barriere bearbeiten Dann müssten wir von hier reinlaufen Hier könnten wir einen kleinen See machen Das wäre in Ordnung Wir haben halt mehrere Optionen, wo wir mit dem Gehege hin können Das macht es nicht leichter Moin, moin Herzlich Willkommen Wie geht's, wie steht's Vielen Dank Freue ich mich sehr drüber Wir werden einen kleinen Augenblick heute brauchen Bis wir uns wieder reingefunden haben in das Spiel Ich hab's lange nicht mehr gespielt Mr. Bömske, herzlich willkommen Vielen, vielen Dank Ich freu mich sehr Alles paletti Hatte dir einen schönen Stream Moin, moin Hallo Wer eine Zoführung haben möchte Einfach mal in den Chat reinschreiben Dann gibt's auch gleich eine kleine Zoführung Wir haben schon relativ viel gebaut Ich will jetzt natürlich auch den Weg hier nicht gleich ruinieren Das Problem ist, dass wir hier unten so schön mal ausgebuddelt hatten Durchgezockt schon? Ja, sauber Stark Moin, moin Herzlich Willkommen Und war anspruchsvoll für Einen erfahrenen Planet Suchspieler Oder sagst du Na Sitze ich auf der linken Backe ab Also prinzipiell ist es ja eh nicht so ultra anspruchsvoll Aber wenn natürlich schön ein bisschen Herausforderung mit dabei ist Muss man ja sagen Auf schwer ist wirklich schwer Okay Ja, aber das ist doch okay Soll ja auch ein bisschen Herausforderung sein Und ich meine, man hat ja genug Möglichkeiten vorher zu üben Und selbst wenn man noch nicht so erfahren ist im Spielen Beziehungsweise allgemein in diesen Spielen noch nicht so erfahren ist Dann hat man ja trotzdem gute Einstiegsmöglichkeiten, gute Einstiegschancen Das gefällt mir so nicht, ne? So, ja nicht, ne? Wir müssen das irgendwie nochmal auf eine Höhe hier vorne bringen, das Gehege Das war nix, wa? Wir sind fast ein bisschen zu hoch Alles klar, viel, viel Dank für den Raid Ich wünsche dir einen schönen Abend Viel Spaß beim Schnippeln Gemüse schneiden ist gut Leech selber schneiden Sonst ist es mit Fleischbeilage Und ja, wenn wir uns sehen sollten Irgendwann nochmal Ich guck mal bei den Streamen rein Dann melde ich mich da mal Und ansonsten würde ich dir einen schönen Abend Schönes Wochenende Schönes langes Wochenende vielleicht Ich hoffe mal, du hast auch ein langes Danke dir Mach's gut Ciao, ciao Ja, und wer dann hierbleiben möchte Ist herzlich willkommen Und wer noch gar nicht hier war Und eine kleine Zuführung haben möchte Der schreibt gleich einfach mal in den Chat rein Und dann gehen wir das gleich mal an Und solange sich keiner meldet Gehe ich mal davon aus Ihr wollt mich sehen, wie ich Einfach nur Erde verschieben Solange Mache ich hier einfach mal stumpf weiter Aber alle Pläne Zufspieler kennen das ja Dass man sich stundenlang hier Da ist mir zu hoch Zu hoch Mit Erde verschieben Beschäftigen kann Also die Wombats Die können hier glaube ich Nicht ausbrechen Dankeschön Vielen Dank Herzlich willkommen Guck mal, wenn die kleine Kante Da unten drinnen weg ist Dann bin ich schon glücklich Wir sollten eigentlich mal Die leisten Krokodile Sein Ich wollte hier eigentlich mal So einen Durchgang haben So einen Tunnel unter dem Weg durch Und dann sollten die da eigentlich Durchschwimmen können Von der einen Seite zur anderen Seite Habe mich dann prinzipiell Aber dagegen entschieden Weil das halt Ja, schwierig glaube ich Für die Tiere selber ist Die verheddern sich sonst nur wieder Wie bei den Pinguinen Das hatte ich da auch Mein großes Pinguingehege Mit Tunnel Mit Schlafplatz Unter Wasser War nicht so grandios Musste ich ganz schön viel umbauen Dann ziehen wir das Gehege Gleich noch hier außen einmal rum Oder verheddern sie sich dann hier Das wäre übel Ich möchte halt nach Möglichkeit Stressfreies Gehege Stressfreien Zoo Stressfreies Gehege Nicht hier mit so Tierwarnung Nee, muss nicht sein Nö, nö, nö Wenn ihr euch fragt Was macht der Junge da eigentlich Müsst ihr mich entschuldigen Ich glaube ich habe jetzt Zweieinhalb, drei Monate Kein Pinguinen Zoo Mehr richtig gespielt Und so lange habe ich auch Nicht mehr gestreamt Tatsächlich Verschreckend Umso schöner ist das Wieder zu streamen Ich hoffe wir können hier gleich Durchgucken Ich hoffe wir sind auf der Richtigen Seite Die Länge gefällt mir nicht Wir haben das Gelände Darunter nicht ganz gerade Aber wir kommen rüber Ui, ist das unschön Ach, genau von der falschen Seite gebaut Na toll Na toll, na toll, na toll So klappt es auch mit dem Spiegel Den Rest basteln und so Da ja noch zwei, drei Leute Neu hier sind Also so mal grob Das ist bis jetzt das Was ich gebaut habe Das ist so mein Zoo Der Anfang wird irgendwie Nochmal komplett umgebaut Ich habe hier Den Bahnhof gebaut Und Ich habe hier oben so einen Kleinen Was sagt man dazu Kleinen Bahnhofsvorplatz Im Endeffekt Kleingesitz Das war so das erste Projekt Was ich im Plan dazu gebaut habe Deswegen vielleicht noch ein bisschen Wenig Deko Aber man übt sich hier Und dann kannst du durch den Bahnhof Durchlaufen und kommst hier Zu den Zügen runter Die habe ich momentan deaktiviert Weil das Spiel bei mir Trotz, keine Ahnung 64 GB Arbeitsspeicher 3080 Ti Ein bisschen am Ruckeln ist Und das ärgert mich Weil ich kaum im laufenden Betrieb Eigentlich spielen kann Und irgendwas ruckelt Und ich habe momentan die Vermutung Das sind die Züge Warum sich die Erde Manchmal wieder Zutut Kann man ja eigentlich sagen Weiß ich nicht genau Der eine oder andere Gang Ist halt noch offen geblieben Die anderen haben sich verschlossen Und damit kannst du dann Unterirdisch halt Zu verschiedenen Stationen In dem Park fahren Und ich glaube so Die ersten Gehege Sind so die Standardgehege Hier waren eins mal die Giraffen Die sind jetzt in so einem Großen Habitat hier hinten Dann haben wir hier Ein paar Straußen drinnen Hier haben wir die Komodowarane Die eigentlich auch Immer nur Probleme machen Weil sie Revierkämpfe haben Dann haben wir hier So das erste größere Gelände Mit den Elefanten gebaut Hm Da ist halt noch keine Große Umrandung Aber da Elefanten Nicht klettern können Ist das glaube ich Ganz okay Also ich hatte bis jetzt Noch keinen Ausbruch Oder sowas Ähm Dann hatten wir so Einen kleinen Vorplatz gebaut Das sieht nachts Eigentlich ganz kuschelig aus Wenn die Fackeln Dann alle an sind Mir hat das ganz gut gefallen Dass man halt die Option hatte Platten anzuheben Dann versinken halt Die Füße immer leicht Im Boden Aber du siehst halt Den Standardweg Dadurch nicht Ich finde es eigentlich Ganz cool Und dann hatten wir So das erste Große Bastelobjekt Sieht nachts Schick aus Wenn es angestrahlt ist Tagsüber halt So ein bisschen Wie sagt man dazu Ein bisschen mau Könnte ein bisschen Mehr Deko dran sein Ich habe allerdings Nicht so viele Deko Elemente gefunden Zum Verzieren Die man wirklich Schräg stellen konnte Selbst die Die Platten Muss man sich halt Selber bauen Weil du sie halt Sonst nicht krumm bauen kannst Das war Doch ein bisschen Bastelarbeit Hätte ich also glaube ich Den ganzen Tag dran Irgendwelche Platten Zusammengeschoben Allein diese Platte Hier oben mit dem Ring Hat halt 93 Bauteile Sieht nachts Ganz schick aus Dann haben wir hier Ein Affengehege Da haben wir dann Das erste Mal angefangen Und wollten Unterirdisch halt Was zum gucken haben Ist eigentlich Eins der Hübschesten Gehege Für mich selber Muss ich zugeben Gefällt mir sehr sehr gut Dann haben wir hier Tatsächlich Unsere erste Station Wo unsere Züge ankommen Oh es kommt noch So eine hübsche Station Das ist wirklich So der Anfang gewesen Erstmal ausprobiert Das wollen wir Irgendwann nochmal zubauen Und dann haben wir Hier Unsere Ich wollte Pinguine sagen Das ist aber nicht richtig Unsere Kegelrobben Kegelrobben haben wir hier Das Gehege Gefällt mir auch Ich mag das Gehege Das würde ich auch Gerne selber besuchen Meine Besucher Besuchen es nicht so gerne Ist halt so Du kannst auch Hinter dem Gehege Noch einmal hier runter Laufen Und kannst von hier Unten reingucken Diesen Gang Benutzt einfach Keiner der Gäste Also ich Glaube hier waren Irgendwie mal Zehn Gäste Gefühlt unten drunter Ich hätte es ein bisschen Größer planen können Im Nachhinein Sobald du halt Drei Tiere Oder vier Tiere Hast Dann ist der Platz Zu gering War mir am Anfang Nicht ganz so bewusst Wie groß ich da Wirklich planen muss Deswegen auch hier Die Idee Dass ich eigentlich Schon nochmal alles Ein bisschen wegreiße Das Gelände Noch ein bisschen Vergrößere Weil mir das Gehege So gefällt Wie es halt ist Und ich würde Stück für Stück Rum gehen Allerdings Macht sich das dann Alles ein bisschen Schwer Deswegen machen wir Hier einfach weiter Eisbären Hier sind meine Eisbären drin Wir haben hier vorne Den großen Eingang Haben die Gäste Reichlich Platz Hier dann Rein zu strömen Und können dann Von hier oben Auf die Eisbären Runter gucken Und das coolste An der ganzen Sache Ist glaube ich Dass du halt auch Mit einer Bahn Durchfahren kannst Dann habe ich Einfach ein Restaurant Schrägstrich Café Kombiniert Mit so einer Schwebebahn Weiß die Schwebebahn? Ich glaube Schwebebahn Gefällt mir gut Muss ich zugeben Auch so eine Sache Die ich später Gebaut hatte Also zuletzt glaube ich Halt einfach Ein moderner Baustil Wieder dieses Eckige Wovon ich Wegkommen möchte Dann haben wir Hier vorne noch Ein Restaurant Hingesetzt Das ist die Standardrestaurant Das haben wir Dann noch ein bisschen Umgebaut Und wir haben Sogar von unten Glaube ich Das Ganze Verspiegelt Ich glaube ja Ich glaube das ist Verspiegelt Haben wir hier so Einen kleinen Giftsee Reingebaut Das ist nachts Leider gar nicht so Grün wie es Tagsüber ist Finde ich ein bisschen Schade Könnte grüner Sein in der Nacht Vielleicht gibt es Irgendwie noch Ein Mod Oder so Das weiß ich nicht Oder jetzt mit den Gruselsachen kann man Gar nicht die Coole Sachen Da reinsetzen Dann haben wir hier Unser Habitat Hingebaut Mit den Grafen Und Zebras Und irgendwie Chillen die hier Mal in der Ecke Wobei die auch In andere Bereiche Laufen können Ich weiß nicht Ob die Bahnen Da manchmal ein bisschen Probleme macht Dass die da rüber laufen In andere Bereiche Das werden wir uns Auf jeden Fall Mal angucken Zu nur ziehen wir Die Bahnen halt hoch Dass die dann locker Darunter durchlaufen können Hier drüben auf der Ecke Haben wir unsere Lamas Sind wir ein bisschen Überfüllt Das ist glaube ich Auch das erste Gehege Wo sie wirklich Durchlaufen dürfen Alle anderen Gehege Sind nicht Begehbar bis jetzt Dann haben wir hier Unsere Pinguine Einen ganz großen Kreis drum gebaut Einen großen Weg Und diese Umrandung Die ich gebaut Da sind überall noch Lampen drauf Das heißt also So ein riesiges Auge Im Endeffekt War mal geplant Als so ein Ying und Yang Zeichen Hat nicht ganz Funktioniert In den Ecken Die Gehege Dann abzustecken Ich glaube das hier War mal so fast So eine Standard Ecke Von diesem Ying Und Deswegen habe ich mich dazu Entschieden Ich wollte eigentlich Auf der einen Seite Eisbären Auf der anderen Seite Pinguine Natürlich getrennt Durch eine Glasscheibe Habe ich dann da Begelassen Hat viel Probleme Gemacht das Gehege Weil ich wollte Ich glaube auf dieser Seite Eingang machen Damit hier unten drunter Unterirdische Ihre Höhle haben Und auch von draußen Reinschwimmen können Da haben sie sich Immer drin verheddert Eigentlich war hier So der Durchgang Nach draußen Ins Wasser Das mochten sie nicht Das wollten sie einfach nicht Deswegen Zu Fluchtausgang Geheimtunnel Für die Pinguine War passé Da musste ich natürlich Hier zu sehen Dass ich irgendwie Mit den Leuten hochkomme Auf die Brücke Deswegen hier unten Durchgang Du konntest einmal Komplett unten Im Rondell durchlaufen Unten drunter Da ist auch ein Bahnhof Ich habe den Weg So weit weggenommen Hier unten Weil mir zu viele Zuschauer Da unten drin Verschwunden sind Ich glaube maximal 10.000 kannst du ja Im Park haben Ja und irgendwie Wenn da unten Dann halt schon so Tausend Leute rumlaufen Und tausend Leute Dann hier oben Auf den Wegen fehlen Die du einfach nicht siehst Ist dann halt schade Deswegen Hatte ich das Ganze geändert Hier waren wir gerade Am bauen Oder am Umbauen jetzt Haben wir von Unsere Leisten Krokodile hier drinnen Nicht ganz so spektakulär Deswegen gehe ich da mal rüber Hier haben wir unsere Nashörner Auch hier wollte ich eigentlich Mal einen Eingang an der Seite bauen Das hat nicht funktioniert Dann wollte ich hinten Eine kleine hübsche Steintreppe hinbauen Dann wollten diese Steintreppe Nicht runterlaufen Dann ist das halt Die Erde geworden Ich hätte das vorgehabt Eigentlich mit diesen Steinen Zu machen Aber da hat die Wegfindung Dann halt ein bisschen Verrückt gespielt Ähm So dann als nächstes Als nächstes haben wir hier noch Ein kleines Restaurant gebaut Das haben wir Über das Gehege gesetzt Damit du als Zuschauer Dann hier unten reingucken kannst Und die Tiere beobachten kannst Haben dann hier auch den Weg Ein bisschen verschwinden lassen Einfach so aus optischen Gründen Das sehen wir hinten in der Zooecke In Venedig Noch ein bisschen besser Wie das funktioniert Einfach Vom Weg her Mit den Wasserplatten drumherum Und all so ein Kram Da hinten sehen wir das gleich Die hübscheste Ecke Im ganzen Park Haben wir hier vorne noch Zwei kleine Gehege gebaut Und hatten letztes Mal So Kleine Unterstände gebaut Wo wir dann diese Was sind das? Lernpunkte? Wie hießen die? Tiergespräche Genau Wo wir die Tiergespräche haben Dann sieht die Leute Ein bisschen unterm Dach Können nicht nass geregnet werden Dann haben wir hier Unsere Erdmännchen drinnen Und Wie heißen die kleinen Rackers? Erdferkel Genau Unsere Erdferkel haben wir hier drinnen Und hier haben wir unsere Schildkröten Ganz schön viele Schildkröten Offenbar Wo kommt die denn alle her? Joa Und dann kommen wir eigentlich Zur hübschesten Ecke Glaube ich gleich Und Somit auch Das hatten wir Das hatten wir Zum hübschesten Bahnhof Wir gehen erst In den Bahnhof rein Wir wollen den Bahnhof sehen Ich denke Das hier unten ist So der hübscheste Bahnhof Den ich gebaut habe Einfach mal ein bisschen Auf sich wirken lassen Mir hat es gefallen Ich weiß auch noch nicht Ob ich die Station Vielleicht wirklich dann In Betrieb lasse Und ob ich nur die anderen sperre Wie gesagt Irgendwas macht Probleme Irgendwas bringt das Ganze Ein bisschen zum Ruckeln Und das kann eigentlich Nicht sein Auf langsam Joa ja 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 und dann haben wir hier Unser Venedig Ich glaube hier haben wir Unser Stinktier Oder was war hier drinnen? Ne? Wo bist du? Ein Dachs Kein Stinktier Dachs Das ist unser Venedig Was mir hier dran halt einfach Sehr so gut gefällt Ist dass wirklich die Wege Nicht zu sehen sind Ne? Dass ich da einfach Eine Platte drauf gesetzt Aber im Endeffekt Eine große Und dass der Wasserstand So hoch ist Und die Brücken Sind begehbar Das ist allerdings Auch wirklich Viele Arbeit gewesen Dass die Brücken Begehbar sind Dass sich so hinzufummeln Dass der Wasserstand Immer noch so hoch ist Im Kanal Aber es hat auch Spaß gemacht Die ganzen Gebäude Umzubauen Die Brücke ist leider Nicht begehbar Das geht nicht Das kann man nicht ändern Aber du kommst dann hier rüber Über eine große Brücke Zu einem Café Wo du dich gemütlich Mit deiner Familie Hinsetzen kannst Ne? Kamera 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 Und einfach ein bisschen Auf Venedig runter gucken Und an Venedig dran Haben wir unsere Riesenotter Wenn hier noch Riesenotter drin sind Ja irgendwo Verstecken sich Die Lombis Da ist er Ja gut Du bist jetzt noch nicht riesig Aber das weht ja noch Musst du noch ein bisschen mehr essen Dann haben wir hier unten drunter Auch nochmal Ein Gesprächspunkt gesetzt Ein paar kleine Verkaufsautomaten Auf der anderen Seite Und kommst dann halt Durch diesen Durchgang Nach unten Das ist eigentlich so ein Bastelobjekt gewesen Nach dem Stream sogar Habe ich mir noch gesessen Und habe dann irgendwie Noch drei Stunden Das Ding hier rumgebastelt Und entworfen Weil es mir einfach gefallen hat Und hier haben wir dann unsere Löwen drin Das Restaurant ist noch nicht ganz so hübsch gemacht Da möchte ich noch ein bisschen mehr Deko haben Vielleicht noch ein kleines zusätzliches Dach Oder sowas Ansonsten gefällt mir die Ecke ganz gut Ich habe den Bereich hier erstmal abgesperrt Mit diesen Bändern Damit die Leute jetzt nicht ganz außen hier rumlaufen Vielleicht kann man sich überlegen Ob man hier hinten noch einen Ausgang macht Wenn man dann später nachher irgendeinen Durchgang hat Dann sogar mal überlegen Ob ich hier hinten in die Ecke die Koala setze Oder ob ich die Ecke nachher ganz anders baue Da hat man ja leider immer so so viele verschiedene Ideen im Kopf Ja und dann möchte ich hier eigentlich diese Vivarien In dem Turm drin haben Und es ist eigentlich angedacht Dass du hier in diesen Turm reinkommst Hier hast du nur so ein bisschen Deko-Elemente In die Ecke reingesetzt Dann kannst du die Treppen hochlaufen Das sind hier überall mit so ein bisschen Glas abgeschirmt Und ein paar Lampen da drinnen Eine schicke Beleuchtung in der Dunkelheit Und kannst dann halt von Vivarium zu Vivarium hochlaufen Bei Terrarium Nehmen sie ja auch schon an Sie laufen ja auch hoch Und wenn du dann irgendwann oben angekommen bist Und wenn ich das dann irgendwann mal fertig gebaut habe Habe ich mir extra einen kleinen Erdklumpen hierhin gemacht Weil ich oben so eine kleine Erdplattform machen möchte Und dann möchte ich so natürlich einen See da oben reinsetzen Weil du kannst hier sehen Eher schwer so künstlich platzieren Oder als fertige Bauteile Deswegen die Erde oben Dass du das modulieren kannst Und hoffen wir einfach mal Dass die Erde nicht irgendwann irgendwo Überall aus den Ecken rauspackt Das heißt nach Möglichkeit ein bisschen kleiner bauen Und dann hoffen, dass es so passt Und dann oben ein kleines Restaurant noch draufsetzen Dann ist das hier unser großer Turm im Endeffekt Dann kannst du als Herrscher aller Reusen Auf das niedere Volk hier runter gucken Und deine Bürger von oben nach unten runter werfen Keine Ahnung Oder Popcorn Weiß ich noch nicht Vielleicht kommt auch Schilder in Werfen verboten So weit war es das eigentlich mit dem Park So weit sind wir Ja Hoffe ihr habt vielleicht Euch ein, zwei Ideen rauspicken können Wenn ihr Fragen habt, fragt Und ich würde sagen Ich lasse mir irgendwas einfallen Für unsere Wombats Und das wird nicht ganz so leicht Wir müssen jetzt erstmal irgendwie gucken Dass wir Einen Mitarbeiterweg nochmal hier rüber ziehen Wenn wir hier irgendwann noch ein Gehege ransetzen Dann können wir den Mitarbeiterweg eigentlich quer ziehen Dann müssen wir schauen Ob wir noch Gebäude setzen Für Wartung, sonst was Da habe ich recht viel unterirdisch gebaut Ob ich das hier nochmal mache Ich glaube nicht Ich glaube hier kann man einfach Um Lücken zu füllen Ganz gut Gebäude Oben nochmal hinsetzen Wir brauchen ja auch gar nicht so viel wegnehmen Ich würde vermuten Wir bauen das relativ mittig Können dann die Barriere noch ein Stückchen hochziehen 2,31 Ja gut, wir haben jetzt natürlich eine andere Höhe Dadurch, dass das Gelände hier nicht ganz gerade ist Müssen wir das probieren Von Hand irgendwann mal vernünftig auszurichten Fürs Erste Ich würde mal sagen Nicht piepselig als der Papst sein Aber eigentlich mag ich den Spruch gar nicht mehr Ist noch nicht ganz koscher Die Ecke Aber das soll uns jetzt nicht belasten Dann machen wir die Barrierebearbeitung aus Und ich glaube wir können hier Ja, zwei Steine Zwei reicht Dann können wir eher probieren Die Tür noch ein bisschen in die Mitte zu ziehen Kann man die in die Mitte ziehen, die Tür? Mhm Können wir Mitarbeiterweg Ein breiter Nee Länge Oh 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 Der taut mit dem Gelände noch nicht hin Ach, dass der auf Wegen immer alles gerade macht, ne? Ich glaube wir kriegen das Gelände jetzt auch nicht ganz angeglichen, oder? Hier ist das egal Aber wir müssen den Weg anschließen Gelände abflachen macht er nicht richtig Wenn wir das hier machen, stört uns das nachher irgendwo in irgendeiner Art und Weise Nee, wir haben hier noch so viel Platz Das stört uns nicht Das war so klar, dass es den Weg hier stört, ne? Tunneln ist eigentlich total doof auf der Ecke Wir wollen nicht tunneln Ich bin jetzt nicht mit einem gebogenen Gefälle hin Nee Das wäre total doof Wir müssen probieren das Gelände hier ein bisschen abzuflachen, oder? Kriegen wir das jetzt wegen dem Weg nicht abgeflacht, ne? Weil er die Barriere jetzt auch nicht anders bearbeitet Wir müssen das auf eine Höhe kriegen Barriere bearbeiten Nehmen das Stück raus Sagen Gelände bearbeiten Und hoffen mal, dass er gleich nicht ganz so sehr rumzickt Glastür, Glaseingang Glaseingang setzen Weg So, jetzt sollte er So, Geländer flachen raus Könnten wir hier noch Wartungsgebäude setzen Könnten hier einen Eingang rüberziehen Und hätten hier nochmal Platz für ein oder zwei große Gehege Je nachdem Mal hier von in zwei Gehege reinlaufen Ich finde das Verhältnis noch so schwierig Ob das ausreicht vom Platz her Der ganze Park für die Tiere Ob das dicke ausreicht Ob man aufpassen muss, die Gehege nicht zu groß zu bauen Man möchte ja später doch alle Tiere irgendwie im Park vielleicht vertreten haben Wenn man jetzt gerade einen Themenpark macht Für, keine Ahnung Europa nur Da möchte man ja schon möglichst viele Tiere vertreten haben So wie das halt im Zoo auch ist Und da befürchte ich halt einmal, dass ich zu groß baue Weil mir deswegen irgendwann der Platz ausgeht Weiß ich noch nicht, ob das begründet ist Okay Da gab es auch neue Gebäude Ne, nicht Eigenschaft, Design War das Design Inhaltspaket Da war es Dämmerung Okay Wow, okay Das sieht noch mau aus, oder? Da kann aber schon noch ein bisschen mehr Beleuchtung kommen Also ansonsten ja schick Forschung brauchen wir halt nicht, ne? Ein Quarantäne-Bereich hier wäre nochmal ganz nett tatsächlich Aber der ist ja riesig Riesig, riesig Quarantäne-Bereich klein Den könnte ich mir tatsächlich vorstellen Da das hier eh noch undefiniert ist Die Ecke Probieren wir damit einfach mal zu arbeiten Die Frage ist, wie groß ist der Negativ-Einflusstoffen wieder Wir rufen den gleich mal auf Wir setzen das mal einmal hin Ich gucke hier gerne mal so ein bisschen in die Gebäude rein, ne? Manchmal sieht man immer so was für Bauteile da wirklich drin verbaut worden sind Zum Beispiel Hier Die langen Pfeiler, die dann einfach nach hinten durchgezogen wurden Die Querbalken Kann man Querbalken sagen? Ja, Querbalken Hier unten auch Ist cool gemacht, oder? Schön auf Rustikal Gefällt mir Negativ-Einfluss Helfen wir auf die Sprünge Gehegertemperatur Negativer Einfluss Sind wir schon richtig Kommen die da irgendwie ran? Ja Hier läuft doch keiner auf die Ecke, oder? Sonst laufen die ja gegen die Laterne Oh, ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Einrichtung Boah, da kann man so cool Verkaufszeilen draus bauen, oder? Wenn man die umbaut Ich glaube, das machen wir mal Da probieren wir mal schön irgendwie Hier Ich will das eh wegreißen, ne? Im Eingangsbereich Die Gebäude Schön als Verkaufsgebäude Könnte mir gefallen Könnte mir gefallen Werkstatt Tierpflegerhütte Klein Das reicht uns ja auch Eine kleine Tierpflegerhütte Ein paar Bäumchen drumherum setzen später Ja, das machen wir Oder nochmal einen Anhänger Den neben setzen Wir haben doch den coolen Anhänger Der passt da genau neben, oder? Der passt doch daneben Den könnten wir da eventuell hinten Oh, der klappt jetzt mit der Klappe nicht Den können wir nochmal beladen Da können wir nochmal ein paar Kissen drauf machen Oder so Das ist auch eine Option Baupläne Workshop-Inhalt Den Anhänger Dachte ich, hätte ich hier drinnen Da Wenn ihr den Anhänger haben wollt Müsst ihr vielleicht nur von der Höhe her Ein bisschen ausrichten dann Das ist im Workshop Habe ich hochgeladen Nur so zur Info Das ist der größte Dann muss ich hier drinnen Wenn der Weg steht, wird das natürlich unschön. Und was, wenn wir sagen, dass die hier hinten in der Ecke drin steht? Das ist ein bisschen uneben dafür, oder? Oh, dann stellen wir ihn einfach krumm, oder? So ein bisschen. Zu verrückt? Zu verrückt, oder? Verrückt, verrückt. Verrückte Sachen, die wir machen. Nein, die Tür hinkt drinnen. Nein! Nein! Waren die sowas Tür? Oh ja! So könnten wir ihn doch noch stehen lassen, das passt doch. Aber da laden wir irgendwie nochmal ein paar Kisten drauf. Wahrscheinlich müssen wir ihn davon nochmal gerade stellen, aber von der Idee her ist das glaube ich ganz nett. Und hier bauen wir ein paar Büsche hin. Aber da fehlen uns natürlich noch Gebäude, ne? Richtig? Richtig. Was haben wir? Wir haben Quarantäne. Wir haben Tierpflegerhütte. Klein. Aber wir haben Tierpflegerhütte, groß und klein. Das war ja klug. Quarantäne, Tierpfleger. Borschung brauchen wir nicht mehr. Das Handelszentrum wäre ganz cool. Das könnten wir hier hinsetzen. Passt das noch? Das passt noch. Das ist nicht viel größer. Ich finde die süß gemacht. Gefällt mir. Mitarbeiter. Wow. Junge, Junge, Junge. Da haben sie aber mal einen Brocken hingesetzt. Kommen wir hier mit dem Weg noch einmal rum, dass wir hier langlaufen dürfen. Die Gebäude sind fast schon so schön, dass man sie hier hinten in die Ecke reinsetzt, oder? Dass man sie so rum ausrichtet. Die passen sich richtig gut rein, glaube ich. Dann müssen wir irgendwas machen. Wir müssen die Gebäude nehmen, ein bisschen umbauen und Verkaufsläden reinbauen. Das müssen wir machen. Werkstatt. Wollen wir die kleine Werkstatt noch hier auf die Ecke setzen. Dann brauchen wir noch ein paar Büsche und dann ist es hier schön. Nennen wir hier das Gehege für die Tiere. Da ich nicht weiß, was wir genau für die Tiere brauchen, würde ich sagen, wir holen uns die erstmal. Okay. Die Tierchen kommen. Und jetzt lasse ich mal kurz laufen, bis die Tierchen da sind, ja? Und jetzt habe ich eine Frage. Wichtig. Mein Spiel ruckelt. Ich habe zwölf Kerne. Ich habe 64 GB RAM. Ich habe eine 3080 TI overclocked. Und trotzdem ruckelt mein Spiel auf langsam. Habe ich hier irgendwo einen Bug drin? An was liegt es? Kann mir irgendjemand sagen, warum, wieso, weshalb mein Spiel ruckelt? Ist es normal? Bei 7100 Leuten, bei der Parkgröße, dass es so ruckelig ist. Es hakelt halt einfach. Es hakelt, wenn ich mit der Kamera hier lang fahre. Die Leute hakeln. Kann mir irgendjemand einen Tipp geben? Muss ich mich damit abfinden? Ist es einfach so? Muss ich mir eine 3090 holen? Ach ne, die 40er Reihe ist draußen. Muss ich mir jetzt schon eine 40er holen? 64 GB RAM. Der ist nicht belegt. Der ist so 40 % belegt. Moin Moin. Wie schön und gut denn Abend. Das Spiel ist nicht gut optimiert, sagst du. Hast du die Probleme auch? Also ja, ich weiß natürlich langes Gras und so. Das macht es natürlich nicht gerade besser. Gerade wird es ja auch nicht alles auf kurzes Gras umstellen. Natürlich bringt das vielleicht ein bisschen was, aber... Das ist ja nicht der ausschlaggebende Punkt bei dem Park, oder? Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, es liegt an meinen unterirdischen Zügen, dass es am ruckeln ist. Aber selbst wenn ich sie pausiert habe, ruckelt es noch. Das ist tatsächlich schwierig, weil du... Naja, das Spiel fast mehr im Pause-Modus haben musst. Boah, Junge, Junge, Junge. Also bevor wir uns darum kümmern, stört mich gerade viel, viel mehr. Das lange Gras hier wieder drumherum. Ja, das ist schwierig. Das macht es wirklich schwer, das Spiel... ...so zu spielen. Man konnte... ...doch mit irgendeiner neuen Funktion... Ging das nicht? Gab es nicht eine neue Funktion, dass man die Population auf ein Maximum einstellen kann? Oh, ich war im falschen... ...falschen Dingster-Bumster-Feld. Da hast du fast richtig getippt. Das reizt mich tatsächlich. Und ich war noch mal überlegen, ob ich es mir heute hole, oder ob ich noch ein bisschen warte. Und mal gucke, was für die ersten Insider-News bekannt geben. Ob sich das Ganze wirklich schon lohnt, oder ob man erstmal nochmal zwei, drei Patches abwarten muss. Aber wahrscheinlich lohnt sich schon, ne? Maximale Männchen zwei. Maximale Weibchen machen wir auch mal zwei. ... ... ... ... ... ... ... Bearbeitungsprozess. Wir könnten sie doch verkaufen. Das ist eine gute Funktion. Weil ich so viele Fehler mache. Ich mache so viele Fehler, deswegen kann man so gut von mir lernen. Ich weiß. Alles klar. Ich war kurz davor, das Spiel in den Einkaufswagen zu packen. Zu Stream fragte ich gestern meine bestere Hälfte auch schon. Willst du ein neues Spiel spielen? Ich sage, vielleicht. Dann wird es gleich schlecht ausgelegt, ne? Ich weiß. Kenne ich. Kenne ich. Kenne ich. Sind... Ah, da sind sie. Sie kommen gleich an. Ah, Captain of Industries habe ich auch Lust drauf. Los, raus mit dir. Raus. Lauf nicht so schnell. Ich brauche die hier noch. Ah, bitte süß. Funkelaugen. Ja, schick gemacht, ne? Schick, schick, schick. Ey, sie sehen gruselig aus, wenn er graue Augen hat. Ne. Sag nicht sowas. Hier gibt es kein Entkommen. Hier gibt es keine Gefahr. Gerade von meinem eigenen Licht, was ich geort habe, war ich irritiert. Kein Entkommen. So, ihr kleinen Scheißers. Was wollt ihr haben? Wir wollten sicher trinken haben. Das ist mir klar. Ihr kriegt auch was zu trinken. Das ist jetzt nicht das Problem. Müssen wir mal gucken, wo unser Wassergenerator gleich noch hinreicht. Aber das Gewässer hier in der Ecke bauen, passt das noch? Ja, Strom sowieso. Könnten wir eigentlich hier einen kleinen See bauen? Ich lasse mich kurz allein, ja? Bin gleich wieder hier. Kleinen Moment, bitte. Ich lasse mich wirklich 은 creen. Ich lasse mich aber auf. của mich. Ich lasse mich nicht Lilly. Ich lasse mich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mit dem neuen DLC Keine neuen Felsen oder keine neuen Steine Neue Unterschlupf-Möglichkeiten Die Vorgefertigen sind halt schon irgendwie ganz schön hässlich zum Teil, muss man zugeben Ja, das ist das große Problem, ne? Also selbst als Lückenfüller wird's halt immer schwierig Ich bin da jetzt allerdings auch, muss ich zugeben, was feste Unterschlupf-Möglichkeiten angeht Nicht gerade der High-End-Bauer, was man vielleicht in dieser Höhle hier sieht Ich könnte das Ding halt auch kopieren und hier genauso wieder reinsetzen, ne? Ja, besser als die Stahl-Modelle, ne? Das stimmt Das Ding könnte ich mir hier noch relativ gut vorstellen Ist halt massiv groß und wir müssen die Platte auf jeden Fall verschwinden lassen Oder Wenn wir das hier vorne hinsetzen, dann könnten die Leute reingucken Die Tiere können hier rausgucken Verdammt Ja, da könnte man sogar noch was draus machen Auch aus dem könnte man noch ein bisschen mehr holen Könnte passen Hier müssen wir irgendwo das Gewässer hinpacken Damit wir einen guten Einfluss von der Wasseraufbereitungsanlage haben Gewässer unterschiedlich bauen ist auch immer schwer, oder? Also ja, man kann einen Bogen bauen Man kann eine kleine Insel reinbauen Und dann ist aber halt irgendwann halt auch schon recht schnell immer Ende Und die brauchen halt eigentlich auch kein Wasser Das kommt halt nochmal mit dazu Oh yeah Oh no, oh no Da müssen wir auch nochmal was ändern, ne? Wenn das noch rot ist Und das schon ewig so Ganz stark Ganz starke Leistung Ganz stark Okay Gestaltung macht es dann am Ende meistens, ja Ach, mir gefällt es ja auch ganz gut, dass man Lichter zum Beispiel mit einbauen kann Dass man die ins Wasser setzen kann Das macht das Ganze schon mal ein bisschen abwechslungsreicher Wo ich mich halt immer schwer mit tue, ist halt auch die Pflanzen, ne? Die Wasserpflanzen Wenn du so Schilf oder solche Sachen hast Die muss ich halt immer daneben erstmal platzieren Auf einer geraden Fläche Als wenn es einfach ätzend aussieht Wenn die krummen drin sind Ich mag das doch nicht Hat hier jemand nach dem großen Stein gefragt? Das wäre natürlich optimal Wenn die Scheißers durchs Wasser durchgehen Ah, die gehen mit Sicherheit schwimmen Könnte ich mir das ein bisschen hier rüberziehen Könnte ich hier noch ein oder zwei Wasserdösen hinbauen Müssen wir hier vielleicht nochmal einen Felsen hinbauen Fehlen noch ein, zwei kleine Felsen Dann könnte man das so durchgehen lassen Soll ja mehr Show-Effekt sein Das soll ja kein richtiger Wasserfall in dem Sinne sein So kann man sich immer gut rausreden Soll lieber kein Wasserfall sein Das ist ja nur eine Attrappe Das ist ja nur Show Das ist ja nur ein Zoo Das ist ja alles Attrappe Das ist ja nur Ätzendrin Ich würde nicht mal Das ist ja nur know Ich würde nicht mehr er dich Ich желte dich meinen Namen Das ist ja auch Ich würde nicht mehr tyranny Ich würde nicht mehr Ich würde nicht mehr Und dann würde ich mich Bauen wir hier einfach andere Steine unten hin? Ja, ja, könnten wir so übergehen lassen. Jetzt haben wir uns noch irgendwas cooles einfallen lassen. Na ja, zumindest als Abschluss den einen Stein können wir auch noch rausnehmen. Das sieht natürlich ein bisschen komisch aus. Das macht es aber schwierig mit dem Felsen jetzt. Da wollen wir nicht zu viel negativ Einfluss haben. Deswegen können wir hier in dem seichten Bereich damit eventuell noch ein bisschen arbeiten. Wir können probieren den Felsen so ein bisschen rauszunehmen. Kleine Höhle draus machen, nur die Seiten zu bauen. Das war hier so schön ruhig im Chat, weißt du, und dann kommst du da her und kommst wieder mit. Bau doch eine Höhle da draus. Ist doch ganz einfach. Nimm doch die zwei Steine weg. Bau drei an die Seite. Zick, zack, flick, flack, hoch, runter, fertig. Das mache ich einfach, das mache ich einfach offscreen, um dich zu ärgern. Na ja, guck mal, wenn ich die drei rausnehmen würde. Respektive den hier. Na ja, den muss ich auch noch ein bisschen absenken dann. Oh, der ist halt so groß hier, ne, der dicke. Meinst du den hier? Ähm, der hier, den meinst du? Naja, den hier. Den hatte ich reingesetzt und den hier. Wow, okay, aber der hier, der war ja schon drin, dann müsste ich den hier irgendwie ein bisschen anders abstützen. Wow, 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 wow. Wenn ich hier so kleinere nehme. Ich weiß im Endeffekt, was du meinst. So in etwa meinst du, ne? Oh, ja. Steine schubsen. Steine schubsen. Noch nie war Steine schubsen so sexy. Sehen sie jetzt, das große Steine schubsen. Nie wurden Steine schöner geschubsen. Nie wurden Steine länger geschubsen. Nie wurden Steine länger geschubsen. Ich glaube, den kleinen, den schnappen wir mal. Und den setzen wir uns nochmal hier in die Kante. Kann man hier nochmal einen kleinen Busch zwischensetzen? Dann ist er durch ihn gebuscht. An deinem Stein. Nee, genau so rum nicht. Genau so da drinnen. Ich versuche ihn. Ja, okay. Ja, genau. Lichtenmodus automatisch. Da haben wir die bunten Lichter drin. Schön Faktorio, ne? Boah, ist auch garantiert richtig anstrengend. Ähm, Arno im Stream zu spielen. Boah. Da ist die Community wahrscheinlich noch toxischer als bei... Rust. Gerade ist voll toxisch, die Leute alle. Nein. Warum baust du das so? Bist du doof? Hast du keine Ahnung? Ne, nicht Gelände. Hier, äh, gib mir einen Pinsel. Pinsel, Gras, kurz. Ja, bis gleich. Jo, also, wir gehen noch mal... Gelände. Ich hätte schon noch gerne so zwei, drei Steinchen mehr unten im Gewässer drin. Wir können auch... Aber wir wollen aber die kleineren. Wir können auch welche mit Moos nehmen. Das soll mich gar nicht so stören. Wir müssen nur zusehen, dass du bei den Moossteinen ein bisschen Pflanzen dran und drum hin basteln. Stalaktiten. Jo. Aber nicht hier. Nee. Kein Nutschi geben. So rum. So. So. Warum verklicken sie sich denn immer? Ob du wirklich richtig siehst, wenn das Licht angeht. Pflanzen. Gab es neue Pflanzen? Ja, ein bisschen negative Bepflanzung ist nicht schlimm. Wow, nice. Jo, alles klar. Mautzi, hi. Wie geht's? Wie steht's? Alles Paletti? Oh yeah, ich weiß, dass es negativ Einfluss hat. Aber sie müssen einfach drinbleiben. Total kaputt. Ich hoffe, du hast jetzt auch ein langes Wochenende. Du kannst dich ein bisschen erholen. Wie geil sind die denn bitte? Halt nur zwei Stück, ne? Aber warum habt ihr nicht ein paar mehr davon reingepackt? Ein langes WE und quer durchs Land Starlight Express. Du bist jetzt da? Heute bist du zurück. Okay. Aber hat sich gelohnt, sagst du. Dann bist du ja gerade rechtzeitig zurück. Sowieso. Sehr cool. Dann bist du ja gerade rechtzeitig zurück. Jetzt, wo ich endlich mal wieder gestreamt habe. Oder wo ich jetzt endlich mal wieder streamen, wenn ich gestreamt habe. Sehr gut, sehr gut. Es soll auch wieder regelmäßiger sein. Ich hatte eine kleine Pause. Wie lange habe ich denn Pause gemacht? Zwei Monate, ne? Glaub ich. Kreative Schaffenspause. Yes. Viel zu lange. Ja, ich weiß. Aber manchmal muss man das haben. Ich habe nächstes Wochenende Samstag. Da probiere ich auf jeden Fall zu streamen. Da hat mein Kanal Geburtstag seinen ersten. Kanal Geburtstag. Wow, ist der geil. Ich liebe diesen Baum. Und der wird genau hier hängen gebaut. Mr. Bimsk hat mir vorhin ein Raid geschenkt. Nach so langer Zeit ist er erstmal wieder online. Und ich kriege einen richtig geilen Raid geschenkt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Meine Mühe wurde belohnt. Ich war eine Dreiviertelstunde online. War wirklich geil. Ich freue mich über sowas immer. Aber wir müssen mal ein paar Bäumchen für hier drinnen jetzt langsam finden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das gestalten wollen. Weil ich den halt gerne anstrahlen möchte. Ich möchte halt gerne den Baum jetzt hier anstrahlen. Ich darf nicht ganz so viel in den Weg setzen. Und der soll halt auch nicht so Standard 0815 werden, der Kram, ne? Das Gute ist, hier dürfen die Pilze verwenden. Pilze sind immer so cool an Bäumen manchmal. Das stimmt. Das stimmt. Das können wir machen. Oha. Okay, ist einfach nur die Textur, die da ist. Okay, okay, okay. Hier drüben, hatte ich gesagt, wollte ich unbedingt gerne einen Busch irgendwie reinsetzen. Das machen wir auch mal. Ich glaube nämlich, der passt hier ganz gut in die Ecke. So rein von der Optik her schon mal. Na ja, guckt ein bisschen durch. Okay, müssen wir uns mal anschauen, ob wir das so haben wollen. Da können wir schön an der Umrandung irgendwo ein bisschen was machen. Können wir uns überlegen, ob wir die dort so ein bisschen einsetzen wollen. Oder was wir halt noch zur Auswahl haben, damit wir die Kante so ein bisschen verdeckt kriegen. Das werden wir nicht auf der ganzen Länge hinkriegen. Schilf drumherum ist klar. Brauchen wir auf jeden Fall. Oder nehmen wir Rohrkolben. Ich glaube, wir nehmen Rohrkolben. Ich glaube, davon nehmen wir mal zwei, drei, vier kaufen wir davon ein. Erlänglich ist eher schwierig zu setzen. Ei, ei, okay. Ah, ich bin mit dem Gewässer noch nicht ganz so zufrieden. Vielleicht kommt das ja noch. Aber jetzt gerade. Ganz schockt das noch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich fehlt da jetzt halt noch echt viel. Das ist ja klar. Oh no. Oh no. Oh no. Kapitän, wir haben ein Problem. Wir haben krummes Schilf. Eventuell hole ich mir noch zwei, drei kleine Pflänzchen hier vorne mal ran. Muss ich gleich mal gucken. Oh, schwer zu sehen. Oh no. Oh, schwer zu sehen. Mautzi, bist du noch da? Oh, das ist schick. Okay, so langsam gefällt mir das Gewässer. Vielleicht doch nicht ganz so ein Müll gebaut, wie ich erst dachte. Wir werden noch mal hier noch mal irgendwie ein bisschen Schilf uns ranholen. So, die große Pflanze brauchen wir nicht. Hier ist diese mittelgroße. Naja, die nehmen wir genau. Perfekt. Also. Ja, die ziehen wir uns hier hin. Ist ja schon wieder krumm, ne? Ich drehe durch. Krummer Hund. Das Gelände da war nicht ganz gerade, ne? Naja, gut, okay. Das habe ich gesagt. Wir wollen mal von dieser Neu... Von der deutschen Norm ein bisschen wegkommen. Und wollen wir mal ein bisschen krumm und schief bauen. Ja, du kriegst ja noch Futter, Essen. Ja, das werden wir auf jeden Fall nebenbei erforschen. Okay. Beleuchtung. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. Das kostet das jetzt eigentlich 50? Oder wie viel? Ich glaube 50, ne? Der war nicht nett. Der war nicht nett. Das muss ich jetzt mal zugeben. Das war gemein. Bauen wir da Farbe ein oder lassen wir die erst mal weiß? Ich glaube, die lassen wir erst mal weiß. Ich glaube, das war nicht so. Hallo. Ups. Okay. Genug Tiere geguckt. Es wird weitergebaut. Wir müssen dich trotzdem kurz anklicken. Wir brauchen nämlich noch weitere Pflanzen. Natur. Natur pur. Oh yeah. Da geht mir jemand auf die Palme. Wollen wir eine noch umstellen. Ein guter Kompromiss. Genau. Ich überlege mir das morgen mal. Ich werde mir das morgen mal überlegen, ob ich mir das hole. Mal gucken, ob ich da... Ich werde mir das wirklich überlegen, ob ich da jetzt 50 Euro mal reinbuttern will. Nee, der Baum passt nicht. Nee, nee, den können wir da nicht mit beisetzen. Ich meine, dass wir hier drüben so drei Palmen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch mal probieren, eine Palme irgendwie an die Ecke zu setzen. Ich weiß halt nicht, ob wir die vernünftig hier durchgezogen kriegen. Das heißt, wir müssten sie, wenn vorher, ansetzen. Wow. Ernsthaft? Das Dach ist halt so groß, ne? Ich hätte tatsächlich lieber ein kleineres Dach. Dafür mehr Möglichkeiten, hier natürlich Pflanzen zu setzen. Vielleicht muss ich das doch noch mal ändern. Ah, dann wird das ganze Gehege anders. Ganz, ganz anders. Baum. Wir brauchen noch einen Baum in der Ecke. Die beißen sich, oder? Beiden Bäume beißen sich. Die beißen sich. Die beißen sich. Ah, ich glaube, das geht. Das können wir so an die Ecke. Ich glaube, die sind mir. Das ist mir zu... zu wuchtig von der Farbe her. Das möchte ich eigentlich nicht. Die werden wir da wieder wegnehmen. Das haut mir ein bisschen zu doll rein vom Auge her. Da ist der Fokus nachher voll drauf. Da können wir nicht mal mit dem Fokus auf Beleuchtung legen. Weil das einfach jegliche Beleuchtung... ...überstrahlt. Wir sind halt schon auf Maximum, was die Pflanzung angeht. 37, ein bisschen mehr macht nix. Wir werden auch noch ein bisschen mehr brauchen, um diese Kanten zu kaschieren. Möchte ich zumindest. Ah, das hier ist halt eine Tragödie. Das ist wirklich eine Tragödie. Und wenn wir da das Gelände noch probieren, ein bisschen anzugleichen. Oder ob wir sagen, ne, ist egal. Das können wir nicht auf der ganzen Länge machen. Wir haben 41% bei der Pflanzung. Wir werden es probieren, hier ein bisschen abzuschrägen. Ähm, Gelände. Röße 3, Stärke 60. Wollen wir es mal vorsichtig probieren? Okay. Na, es sieht zumindest nicht mehr ganz so schrecklich aus wie vorher. Gelände, Past, Bepflanzung, ein bisschen zu viel. Das weiß ich. Wir brauchen Futter. Und Schlafplätze. Wir müssen nochmal... Oh, gefährlich mit der kleinen Kante wieder. Gefährlich, gefährlich. Nicht, dass man sie jetzt hier so eckig wiederhaut. Geht noch so gerade, ne? So gerade eben. Ja. Und Schlafplätze. Ich wollte überlegen, ob das möglich ist, das so ein bisschen mehr auszufransen. Das war ja so ein bisschen fransig, das sieht man ja. Aber wenn das so ein bisschen mehr machen könnte, aber das wird so nicht funktionieren. Von der Textur her, oder? Boah, schwierig. Naja, haut nicht hin. Guck mal, weil er die Erde dann runterzieht. Ist halt so. So, Wasser brauchen wir nicht, Wasser haben wir. Wir kriegen erstmal einen Futtertrog für euch. Und den platzieren wir uns hier vorne. Viel mehr kann ich euch noch nicht bieten. Wir können einen Futterspender bekommen. Konnte man die runterziehen? Sieht man die da noch? Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Entschuldigung. Dann lassen wir die kleinen Scheißes gleich mal laufen. Und gucken mal, was sie so anstellen. Ein Kürbis bei. Okay, wir brauchen halt nicht so viele verschiedene Bälle. Das war natürlich nicht so gedacht. Die, die Eiskugeln finde ich immer ganz schick. Ja, wir wollen auf jeden Fall so Melonenspender für euch noch. Können die ins Wasser rollen? Die Melonen wahrscheinlich schon, ne? Funktionieren die dann noch? Ich bin gar nicht ganz sicher, ob die noch funktioniert, weil sie so ganz leicht in der Erde drin ist. Müsste aber funktionieren. Sie müsste eigentlich noch wegrollen können. Da sind die immer ganz gerne herangegangen. Das weiß ich noch. Und wir können auch mal so eine kleine Reibtafel hier irgendwo unterstellen. Und da müssen wir eh erst mal die Forschung natürlich ein bisschen hochziehen. Mhm. Aha. Eine Fliegepalme. Wer kennt sie nicht? Die fliegende Palme. Hey, zumindest schwimmen sie. Ah, so schön. Mit diesem Bild lasse ich euch kurz alleine und hole mir ganz schnell ein neues, kaltes Getränk. bis gleich. Bin gleich wieder hier. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Jojo? Jojo? Okay. Lass sie auch so leeren, das gefällt mir nicht. Wir werden mal noch mal probieren. Ja, warum also Tiere? Die sind alle eingelagert. Oha. Euch lassen wir mal frei. So, dann haben wir hier... Ah, das Problem, dass wir nicht runterscrollen können, ne? Am falschen Fenster. Unfruchtbar. Altes Weibchen, Weibchen, Weibchen. Wir haben kein Weibchen mehr eingelagert. Sehe ich das richtig? Ja, gut. Haben wir doch noch. Hervorragend. Da schicken wir nun auf jeden Fall mal das Weibchen hin. Wir brauchen Werbetafeln. Wir brauchen die Spender. Da brauchen wir auf jeden Fall mal noch ein paar... Fernseher. Ja, ein bisschen was ist zu tun. Ich glaube, da wird einfach keiner drunter stehen bleiben und gucken. Nee, hier nicht einfach nur gucken, auch spenden, ja? Spenden, 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 spenden. Ah, und ich würde halt vermuten, dass wir hier gerne noch stehen. Aber dann lassen wir mal den Bereich außen vor und wir setzen hier nochmal eine Spendenbox hin. Bauen wir die da irgendwie ein Stückchen rein. Ist das doof, dass wir die da so reinbauen? Setzen wir das direkt hinter die Bank. Wenn die Leute sitzen, kannst du drüber hinweg gucken, mehr oder weniger. Musst du ja auch nicht die ganze Zeit drauf gucken und die Leute stehen dann nicht davor und gucken nur da drauf. Ja, das machen wir mal so. Aber das sind keine Leistenkrokodile, sondern unsere Rombats. Und das gleiche machen wir hier nochmal. Bauen wir hier auch noch zwei, drei Bänke auf? Vermutlich ja. Dann würde ich sagen, wir könnten nicht hier eine Bank setzen. Hat mir natürlich mit dem Schrägen ein bisschen besser gefallen. Ich zeige euch gleich mal, was ich mit Schräg meine. Ich habe hier vorne eine Umrandung gebaut, die leicht schräg ist. Und dann habe ich die Fernseher hier so drauf gesetzt auf die Schräge. Gefällt mir natürlich ganz gut. Allerdings bei dem anderen Gehege das jetzt vorne umbauen. Das ist natürlich verdammt viel Arbeit. Ich werde hier alle Steine irgendwie schräg setzen oder, oder, oder. Ich weiß nicht, ob das hinhaut, wenn wir die schräg ziehen. Aber ich könnte mir die Reihe mal nehmen und könnte es ausprobieren. So lassen oder schräg ziehen? Von mir aus können die Fernseher ruhig da auf der Kante draufstehen. Es reicht mir auch da ein Fernseher, da ein Fernseher. Wir müssen nachher eh gucken, wie weit die abstrahlen. Die Lautsprecher. Wo habe ich die? Hier habe ich auch drüben Lautsprecher. Keine Musik. Reichweite 5. Na gut, Reichweite 5 passt. Hier könnte es kritisch werden auf der Leisten-Krokodil-Seite. Das ist, glaube ich, sowieso nicht so gut, wenn die sich überstrahlen, oder? Oder gegenseitig? Ich glaube, das ist auch schlecht. So ist mir zumindest im Gedanken gerade, dass man das nicht machen sollte, dass das im roten Bereich drin ist. Wenn die alle synchron ausstrahlen, wird es ja noch funktionieren. Wenn die asynchron irgendwas erzählen wäre, das kommt da produktiv. Ich glaube, das würde mich real einfach nerven. Ich glaube, die versenken wir einfach. Dass nur so die Ecke hier oben rausguckt. Dann hat das Ding eine Lautsprecher-Funktion. Wie es sein soll. Man sieht jetzt nicht so schlecht aus. Oh, einen Fernseher wollte ich hier noch bauen. Ops. Siehst du, da guckt der nicht raus. Ich glaube, ich kann die auch kopieren und so rüberziehen. Das müsste von der Höhe her passen. Ich ziehe sie doch, sie war so rüber. Gefällt mir besser. Dann kann ich sie selber von der Höhe her noch ein bisschen anpassen. Hier vorne müssten zwei Stück reichen. Ein Einfluss auf Schlafen haben die, glaube ich, nicht. Oh no. Jetzt habe ich sie doch versenkt. Ah, ich kriege eine Krise. Zu weit runtergeschoben. Manchmal muss man auch mal ein bisschen überlegen, was man macht. Habe ich recht? Ich habe schon recht. Ja, siehst du. So passt das. Und dann brauchen wir noch einen Monitor hier drüben. Hey, hey. Ho, ho. Hey, hey. Ja, gut. Okay, ich glaube, ich habe schon hübschere Gehege gebaut. Und spektakulärere. Aber für eine kleine Pause, die ich zwischendurch hatte, das erste Gehege heute, ist das, glaube ich, ganz gut von Anfang schon mal. Kann ich mich mit arrangieren. Jetzt ist die Frage, ob wir hier vorne auch einen festen Unterstand haben. Tatsache. Im kleinen Bereich haben wir hier sogar Rückzugsort. Vielleicht sollte ich dann dort auch noch einen kleinen Schlafplatz reinlegen. Und dann ist das, glaube ich, ganz gut. Hier könnte ich noch so ein kleiner Sprengler hinkommen, oder? So in dem Bereich. So in dem Bereich. So in dem Bereich. So, wenn ich noch ein paar Jahre im gonna 분위. Also ich mache das, glaube ich, ganz gut. Okay, ich kann noch aus. Okay. So. So in dem Bereich. So. 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 Aber besser als nischt. Ich muss sich nochmal überlegen, ob mir das so gefällt und ob ich die später noch versenke. Aber man sieht sie im Endeffekt nicht. Wenn es dunkel wird, gehen die Lampen an. Das wird aber auch nicht dadurch angestrahlt. Zeit für einen Park bei Nacht, oder? Wenn wir uns das mal angucken, ob wir den Baum irgendwie angestrahlt bekommen von unten. Es gibt ja diese Bodenscheinwerfer, diese Fluter, die da auf dem Boden drauf sitzt oder an die Decke. Das ist aber... Ihr Ferkels. Die Frage ist... Ach, lass doch mal die Kamera los. Ne, das ist der Spiegel. Da ist mein Gehege. Tiere. Erdmännchen. Oha. Na, dann trennen wir euch doch mal. Das wird jetzt eh reihenweise aufploppen. Ich glaube, hier brauchen wir da gar nicht ganz so viel Mühe, jetzt bei jedem einzelnen Tier zu machen. Das wird reihenweise aufploppen. Ja. 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 Oh, der hat keinen Strom. Genau der hat keinen Strom mehr. Gut, dann müssen wir hier noch was für Strom bauen. Können wir auch relativ schmerzfrei hier in der Ecke bauen. Doch, die Lampe hat Strom. Lol, das ist der Eisball, der da liegt. Das sah ja eins zu eins aus wie die Lampe, oder? Die nicht leuchtet. Da richtig schön veräppelt. Dann weiß ich aber, wo eine Lampe fehlt. Nämlich da drüben. Und bei Nacht sieht er doch ganz schön aus. Da hast du doch schön angeleuchtet, der schiefe Turm von Pisa. Da gefällt mir der. Und auch mein Venedig hier hinten gefällt mir sehr gut bei Nacht. Ich habe auch überall kleine Kerzen aufgestellt, so auf die Brücken und so. Damit er so richtig schön heimisch aussieht. Überall kleine Kerzen auf den Tischen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Hier habe ich den zweiten Zoo-Eingang übrigens mit drin platziert, in den Gebäuden. Einfach damit der Park von hinten auch ein bisschen befüllt wird. Nur mit einem Parkeingang ist das schon ein bisschen schwer umzusetzen. Muss ich gestehen. Ich dachte immer, ich kriege das mit einem Parkeingang hin, aber spätestens Venedig hier hinten ist schwierig zu erreichen für die Zuschauer. Respektive, weil halt auch noch nicht so viele Tiere hier hinten sind in dem Bereich. Wird es halt auch noch nicht ganz so gut angenommen. Also auch als es noch nicht geruckelt hat, war einfach nicht viel los. Ist gut Betrieb hier, ne? Und was ist los? Und dann bin ich jetzt ehrlich überlegen, ob ich den Bahnhof irgendwann abreiße. Und ob ich das probiere, doch überirdisch zu bauen mit so einer Einschienenbahn. Ob ich da mit dem Park erreiche und ob ich vielleicht nur die eine Zugstation stehen lasse. Für Venedig. Dass die noch unterirdisch fährt. Also wir hätten halt meinen Bahnhof da hinten einfach... Weiß ich nicht, wie viele Stunden habe ich da hinten reingesteckt. 20 Stunden in dem Venedig Bahnhof mit anschließen, mit allem drum und dran. Und wenn das dann halt einfach ohne... Jetzt Grund weg ist. Es ist ohne Grund weg, aber... Einfach nur, weil man sich dazu entschließt, dass der Bahnhof weg muss. Das wäre einfach schade. Ich glaube, Lampen reichen auf einer Seite, oder? Ja, ich werde hier auch Lampen setzen. Überall auf beiden Seiten Lampen. Warum habe ich das da und da noch nicht gemacht? Ja, gut. Ich glaube, es ist gut. Ja, ist einfach besser. Ja, das kann ich. Bei dem Weg auch eben machen. Mal eben. Ob das funktioniert, wenn ich die komplett rüberziehe? Das wird nicht gehen, glaube ich. Na ja, fast. Das passt bis auf die erste Laterne. Sieht's ganz gut aus, glaube ich. Und dann wird's auch Zeit, dass es wieder Tag ist. Damit ich dann pausieren kann und das Geruckel aufhört und man dann vernünftig weiterbauen kann. Weil so... Uiuiuiui. Ist die Bedienung mal nicht ganz so schön? Da würden wir auch ein, zwei Lampen ein bisschen korrigieren. Und dann sieht das tatsächlich auch gut aus. Die passt, ja, die passt. Ah, ha. Oh, mm-hmm. Hey, hey. Oh, ho. Das sieht auch schick aus, oder? Bei Nacht. Es sind sogar ein paar Gäste hier oben. Schauern. Hier gehen sie rauf. Hier gehen sie ins Restaurant rein. Es wurde am Anfang gar nicht angenommen. Bin ich zu froh, dass zumindest ein paar Gäste hier oben schon mal sitzen. Obwohl die Eisbände eigentlich ziehen müssten, ne? Auch mit dem Durchfahren und so. Aber viel ist trotzdem nicht los. Ich weiß gar nicht, die... 271 Verkäufe. Vier Jahre ist das Ding jetzt alt. 69 Kunden, letzte Saison. Einnahmen. 1100. Letzte Saison. Letztes Jahr. Lohn tut sich das Restaurant noch nicht. Aber solange wir Plus machen, ist das alles okay. Monebu. Hi. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Alles gut. Kann mich nicht beklagen. Dankeschön. Bei dir auch. Bei euch. Entschuldigung. Doch, alles gut. Schön, dass du auch hier bist. Dankeschön. Ja, ich habe auch wirklich Lust gehabt, muss ich zugeben. Ähm, weiter zu basteln. Die, die, die Pause war lang genug jetzt. Ich habe tatsächlich weiter gebastelt. Ich habe das Gehege fertig gebaut. Also es war ja, falls du dich erinnerst, mal geplant, dass hier die Leistenkrokodile rein können. Ah, könnte besser sein. Das ist uncool. Wir probieren dich ein bisschen zu erheitern hier. Ich wollte doch eigentlich, dass die Leistenkrokodile hier durch so einen Tunnel durch können und die Idee hatte ich ja dann doch irgendwann verworfen, weil das bei den Pinguinen ja so toll geklappt hat mit dem Tunnel. Deswegen habe ich jetzt hier die Wombats reingepackt. Also zumindest zwei Wombats sind hier drin. Ja, die dicken Wombats. Privater Stress, aber naja. Das, ähm, ich habe gerade eine blutige Nase gehabt. Das mit dem Stress ist tatsächlich ein Nervfaktor. Man muss im Gegenzug zu dem Stress irgendwann probieren, auch mal abzuschalten. Und wenn es nur eine Stunde ist am Tag, man nimmt sich für so viele Sachen Zeit. Fernseh gucken, weiß der Geier was. Zwei, drei Stunden. Da muss man sich auch mal eine Stunde für sich nehmen und abschalten. Und positiv denken. Probieren, positiv zu denken. Und sich das einreden. Ganz wichtig. Erst nur für deine Blumen. Guck. Kennst du ja den Spruch? Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Ich glaube, das wird einfach nicht aufhören. Da Wombats lebt. Oh, ich hätte zu kennen Wombat, ne? Also jetzt wirklich, ne? Aber Wombats können so richtig groß werden, ne? So. Ja, ich finde die richtig cool. Tiere fressen sich gegenseitig. Wow. Wow. Oh no, ich habe mich vertan. Und ich habe hier einen sibirischen Tiger reingepackt. Ups. Oh yeah, da ist das Problem. Ich habe wirklich kein Weibchen mehr. Ich habe mich vorhin vertan. Oh come on. Kein Echtgeldlöwen? Alles klar, bis später. Danke für den Lurk. Wir gucken mal, ob ich hier noch einen Löwen finde, der für Geld zu bezahlen ist. Habe ich was falsch angeklickt? Und zeigt ihm... Naja, gut. Ich kann natürlich noch Geschlecht noch sortieren. Geschlecht wäre eine Option. Und fange ich wieder von vorne an in der Liste wahrscheinlich. Ach, komm. Rauchen wir uns das Weibchen da rein. Okay, kurze Frage, nächste Frage. Welche Tiere gab es noch? Waschbären, Rotfuchs, das Nacktnasenwombat, den Streif ins Kunk und Nilflughund. Nilflughund? Sagt mir gar nichts. Ja, moin. Aber das ist so ein Vivarium, oder? Vivarium ist jetzt natürlich nicht ganz so aufregend. Aber wir könnten probieren, ein Gebäude umzubauen. Für ein Vivarium. Wir müssen uns nur überlegen, wo wir hinwollen. Ich denke mal, hier wird der Weg später rumfinden. Da brauchen wir nix. Hier kommt die Hochbahn hin. Brauchen wir uns nicht auserkoren. Das hier wird eh noch umgesetzt. Hier zwischen wäre ein bisschen Platz. Allerdings wird hier noch ein Gehege hinkommen. Hier kommt ein Restaurant mit Sitzplätzen. Ich denke mal, bis hier. Da haben wir dann auch keinen Platz für. Wo stellen wir denn ein Vivarium auf? Den Eingangsbereich werden wir ummodeln. Das Gehege wird noch wegkommen. Das wird auch noch wegkommen. Die müssen wir halt neu bauen. Das wird nicht so leicht. Ich würde die ja auch kopieren wollen. Aber ich kriege sie halt nicht einfach so rauskopiert. Wegen den Steinen und so. Aber wir könnten hier eventuell noch zwei Gebäude setzen. Hier noch ein Gehege. Und hier noch ein Vivarium irgendwie. Oh, schicke, fertige Dächer. Gehege, Gehege, Gehege. Wow. Wenn wir das hier ein Gehege zwischengesetzt kriegen, ne? Wenn wir hier ein Vivarium setzen würden. Das ist halt die Frage, ob wir das von zwei Seiten reinsetzen kriegen. Wie teuer ist das Ding? 19.000. Sollten wir uns überlegen, ob wir hier mit den Gebäuden weitermachen. Wie so eine kleine Snackmeile. Gerade hier eine Snackmeile. Und einfach hier Bäume und so ein bisschen Deko noch drumherum bauen. Und den Ring haben wir hier ja auch. Würde sich hier ganz gut einfügen, wenn wir hier mit Bäumen weitermachen. Und hier kein Gehege mehr hinsetzen. Können wir hier so eine Fressmeile noch machen. Können wir uns halt gut vorstellen mit solchen Gebäuden, die umgebaut werden. So ein bisschen wie in Venedig halt. So Gebäude an Gebäude. Aber, ne, wir müssen erstmal... Wo waren denn die Vivarien? Da. Oh, 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 ja. Ne. Jo. Da können wir die reinpacken. Das wusste ich noch nicht. Fett, 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 fett. Geil. Okay. Cool. Ähm. Wollen wir das da wirklich hinbauen? Dann kriegen wir hier kein Gehege mehr hin. Okay, das interessiert mich aber dann schon. Muss ich zugeben. Das Ding macht mich neugierig. Okay. Da kann man ja richtig lange drumherum basteln, oder? Okay. Okay. kein strom strom kriegen werden strom sollte uns nicht so stressen bauen wir machen wir play muss die tiere ja auch noch holen stopp bevor wir strom machen ach man okay lass doch mal ein bisschen mehr ein bisschen mehr das ist ein fehler normalerweise müsste ja deutlich mehr freilassen können die vermehren sich wie die kanicke ja mehr können wir noch nicht freilassen aber ist besser als nix um wir machen das mit ein bisschen abstand zu dem weg und wir lassen mal weiter laufen wir müssen uns halt wirklich überlegen was wir und wie wir hier damit machen wir müssen wir irgendwie verkleiden das wird richtig viel spaß bringen also sollten wir die erst mal die tierchen bringt und wir uns das mal angucken können im groben ok ich hätte gerne ruckel frei und da siehst du er die erste fliegt ich habe es jetzt nicht so eine tierkamera die man da drinnen ganz schön hungrig glaube ich ok wie macht man das denn am düsten ja so Drahtgeflecht, Glas, stabil, leer. Glas ist auch eine Option, aber wir werden es ja verkleiden wollen, Tür, Boden, stabil oder leer? Wir lassen den Boden mal leer, weil wir da Pflanzen mit Sicherheit reinsetzen können, sehe ich das richtig? Wie viele Tiere leben maximal zusammen? 35, dann können wir halt 15 und 15 sagen. Pauschal erstmal. Okay, 15 und 15. Und wie ich das sehe, er hat zwar vorhin eine Baugruppe aufgehabt, aber da wir da gerade andocken wollten und der nichts gesagt hat, können wir uns eine eigene Gruppe erstellen und die drum bauen. Und das sind so geile neue Steine. Ich habe so eine kleine Idee im Kopf schon, wie das aussehen könnte. Ich habe eine Idee. Zu Gebäude hinzufügen, ja, das ist ja nicht richtig gewesen, das hat er ja nicht gemacht. Er hat das hier nicht erkannt als Gebäude, oder? 1029. War das 1029? 1027? Das ist 1027 steht da. Kann ich das bearbeiten? Komme ich in die Bearbeitung rein, dass ich das als Gruppe habe? Kann ich nicht machen, oder? Ich kann nicht... Ich muss eine separate Gruppe erstellen, richtig? Ja, klar, wenn ich ein eigenes Gebäude habe, dann darfst du das auch gerne hinzufügen. Ich würde es nur gerne an dem Gebäude jetzt ausrichten, aber das kriege ich nicht hin, Dann hätte ich das an der Weltachse ausrichten müssen. Und das wird nämlich ein Gefrickel, das nachher gerade hinzukriegen. Das heißt, ich werde das vorher schon verschieben müssen und vorher gucken, ob es mit der Grundplatte überhaupt passt. Okay, stört mich jetzt nicht. Um... nee trennen die mal von der gruppe wir müssen da noch eine andere möglichkeit gerade haben oder ich sehe sie nur gerade nicht idee wie das gebäude aussehen soll ist schon fertig ich das an oberfläche ja gut das ist zur weltachse ausgerichtet wow okay dann bauen wir das in die andere richtung sehe ich das richtig was das geil was können wir denn da für geile gebäude bitte noch bauen gruppenbearbeitungs modus ich muss mich wieder ein bisschen rein fuchsen das ist einfach so und ich werde wahrscheinlich unten eine separate plätze platte setzen so eine die ich dann dementsprechend das ist ja zu hoch das ist zu niedrig ich kann separat darunter je nachdem was ich mit den pflanzen oder mit wasser machen wir probieren das mal aus wenn wir wenn wir die kanten dann verbauen ich habe so ein kleines burg gebäude mit so türmen im kopf wahrscheinlich fast so ähnlich wie es das da schon gibt ich habe es gerade beim überfliegen dann nämlich gesehen ich weiß ich könnte sie auch rüber kopieren was soll ich euch sonst die ganze zeit zeigen wenn ich bloß mal kein blödsinn mit dieser gruppenbearbeitung machen da wird man so cool mit nieren bearbeitung und so was er mit nieren bearbeitet mini und lichtern arbeiten können ich glaube die fertigen bauteile gefallen mir noch nicht gut Kann man das so machen? Lieber mal drehen, oder? Das wird halt bis jetzt erstmal nur ein kleiner, vierjähriger Bunker gefüllt. Das war's für heute. es ist noch nicht ganz so wie ich das möchte ok setzen wir so ein paar daran nachher glaube ich eins ist langweilig was haben wir denn noch für bauteile hier nachher das ist alles nicht dass sie wir werden uns natürlich noch bei anderen sachen ein bisschen bedienen müssen wenn man sich das mal so anguckt hier hat man so eine uhr gemauern also die die oberen teile davon muss man selber setzen denke ich mal so aussparungen vielleicht ziehen wir die auch alle noch ein kleines stückchen nach oben setzen noch einen drunter sonst ein stein den kriegen wir auch drunter gesetzt aber das können wir auch noch später machen so viele bauteile sind es nicht die wir dann rüber ziehen müssen das wird ja noch interessant die kanten zu modellieren das wird noch interessant aber trotzdem müssen wir die musik ist aus gehen nach aus zapfen sie natürlich nicht so schick aus das könnte ich mir gut vorstellen an der wand wahrscheinlich nicht ganz so weit herausragend nutzen zu müssen aus w Die anderen ziehen wir noch oben. Ecke auf Ecke oder nicht? Das ist hier die Frage. Das müssen wir mal gucken von der Länge her gleich. Habe ich ihn jetzt gedreht? Ich mach auf Fisch. Da ist es, wenn ich hier etwas leise anklat挺 viel. Das ist, dass ich hier einuyorum. Ich habe immer wieder diese Blumen, Ich habe mich recht zufass. Ich habe michBecause, Ich mache das. Ich habe mich nicht mehr unterwegs. Ich habe mich nicht mehr. ich habe immer mehr. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Ich habe mich nicht mehr mit. also die ecken zu kriegen wird auf jeden fall noch interessant habe ich es geschafft und ich bin tatsächlich noch in der gleichen gruppe drin wau korrigiert mich hier nicht falsch liege aber das wird eine blöde arbeit die ecken zu bauen hier ich würde vermuten ich hab hier mehr überstand als auf der anderen seite wo man reinläuft oder rausläuft hier werden alle drei noch ein stückchen rüber ziehen mautzi bist du da mautz 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 allem luk obwohl der überstand ist hier in etwa gleich frage ist halt ob wir mehr überstand sogar brauchen ich bin nicht sicher ob wir mehr überstand brauchen sogar vom stein her das gefällt mir ganz gut das müssen wir hier auch noch reingebaut kriegen da kriegt man halt so ein paar tolle kanten einfach mit rein wo sich natürlich dementsprechend auch das licht vernünftig dann brechen kann und dann könnten wir probieren so eine kette wenn man die holzplatten drehen kann baby wo ich hab da so lust drauf ich hab da so lust drauf ich hab das erste vivarium gerade entdeckt und gerade das erste gesetzt ich kann es hier noch nicht hundertprozentig beantworten aber ich glaube ich finde es geil ich kann halt noch nicht ganz so viel dazu sagen ich bin Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das bauen möchte. Das ist natürlich klar. Ich muss mir das mit den Kanten noch überlegen. Und überlegen, ob ich so eine Art Holzluke probiere, hier drüber zu bauen, die an Ketten gehalten wird. Musik Theoretisch müsste ich mir das bei dir mal angucken, wie du deins gebaut hast. Musik Ja genau, das ist im Endeffekt hier jetzt ja auch gerade. Das ist ja auch tatsächlich erstmal ein Ausprobieren, wie es denn zu verarbeiten ist überhaupt. Was mir bis jetzt natürlich ganz gut gefällt, ist, dass du das als Gruppe bearbeiten kannst. Passt auf, wenn ich da natürlich ein absoluter Favorit für bin, das zu vermasseln, in der Gruppe zu bauen. Wie wir alle vielleicht wissen. Ähm, mal ganz kurz überlegen, wenn ich das Ding so rumdrehe. Ja, so. Dann dürfte ich das doch auf der richtigen Position gleich haben. Hm, ist auf der richtigen Position. Nur vielleicht noch ein minimales Stückchen rausziehen. Eigentlich nicht. Musik Aber ich habe die Idee im Kopf, wie es in etwa werden soll. Musik Da habe ich doch ganz vergessen, die runterzuziehen. Wow, nice. Das war's. Wird ganz schön massiv. Aber so soll's sein. Das soll ja auch nicht zu klobig vorstehen. Und wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir die Ecken machen. Das wird mir auch interessant. Oh, das ist Quatsch, ne? Das ist Quatsch. Waren wir das so? Dann würde ich mir nämlich die vier Steine von hier drüben mal rüber kopieren. Und sie einfach drehen. Könnte passen am Ende. Und wenn nicht, haben wir halt mal wieder umsonst gebaut. Wäre ja nicht das erste Mal. Okay, dann fehlen uns noch die. Jetzt könnten wir probieren. Uns die hoch zu kopieren. Und so. Nein. Können wir nicht. Nochmal. Probieren wir uns mit denen hier. Mit diesen hier. Das ist nicht gut. Nee. Ich krieg die nicht ausgerichtet, oder? Wenn ich die hier kopiere, dann krieg ich sie ausgerichtet. Aber es ist auch nicht so schlimm. Ob ich jetzt zwei, dreimal mehr klicke. Spielt ihr bei so einem Steingebäude? Da hat sich ganz so eine große Rolle. Mit Chunks können wir uns aber die jetzt einmal rüber kopieren. Dann sehe ich, glaube ich, ein bisschen mehr mal. Okay. Okay. Wie es euch denn so gefällt. Oh, die Holzplatten kann man schon mal nicht drehen. Sehe ich das richtig? ichtig. Musik Was wir vermeiden wollen, ist, dass der Stein durchglitscht. Wenn er durchglitscht, dann ist er doof. Musik 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 Okay, 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 okay. Ja, die Ecksteine sehen auch ein bisschen komisch aus. Ich gebe es zu. Die Frage, ob wir die probieren wollen, auch mit solchen Kanten irgendwie nochmal zu verziehen. Ich kann natürlich auch sagen, es könnte zu viel sein. Musik Zu viel des Guten. Musik Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefallen soll oder nicht. Die Ecken lassen wir mal so ein bisschen offen. Wir müssen uns mal mehr Gedanken darüber machen, was wir hier oben jetzt machen oder wie. Ich hatte ja eine tolle Idee. Aber ich habe zweifelt, dass ich sie halt so umgesetzt kriege. Musik Das wäre eine Option für diese Zwischenstege. Um da einfach die Struktur in die Wand zu bringen, ins Mauerwerk. Jetzt können wir uns mal vorsichtig zu Gemüte führen. Musik Ganz sarte. Musik 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 Jetzt geht das wieder los. Musik Wäre schöner, wenn die Sonne ein bisschen weiter oben stehen würde. Musik 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 Hauptsache kein Schneefall. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ruckelt mir zu doll beim Bauen. Schade, schade. Kann ich nicht auf Play lassen. Das ist eigentlich ein Ding, eine Unmöglichkeit. Okay. Das haben wir. Ich wüsste gerne, wie ich das hinkriege mit den Ketten. Und es gibt auch diese Haken für die Ketten. Wenn ich eine schräge Position hinkriege... Irgendwie eine schräge Position. Dann... Gucke ich mir nachher mal an. Habe ich gerade gesehen, dass sie mir das... Ich gucke nachher. Ich gucke. Ich brauche eine schräge Fläche, ne? Oder macht man das seit Schiebetüren? Das könnten halt auch richtig coole Beschläge für so eine Tür sein. Andersrum habe ich mir halt gedacht... Ich probiere meinen Gedanken auszusprechen. Einerseits denke ich mir, das wäre cool, so eine Art Luke zu haben. So eine Klappe, die runterfällt. Und die an Ketten hängt. Hier kommen so ein bisschen die Ketten hin. Und dann müsste die Klappe aber hier halt doppelt so lang sein. Wir würden dann noch eine Holzlatte drauflegen. Das ist halt schon sehr massiv, ne? Das hat eigentlich auch die falsche Höhe vermutlich. Wenn ich das natürlich ein bisschen realistisch betrachten würde. Malonee, dann könnte die fast rumfallen. Das wäre okay. Okay. Okay, jetzt bin ich halt wirklich überfragt. Was mache ich? Mache ich das so, dass das zufallen könnte von oben? Oder mache ich das als klappbare Tür? Ich weiß, das ist schwer vorstellbar gerade. Ich könnte mir halt auch eine Tür vorstellen. Beides lässt sich relativ leicht umsetzen. Ich bin das so, dass ich das so, dass es, das so. Ich bin der Ketten-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den. Oh, das war nicht das Brett. Das waren die Bretter, die ich hatte. Ah, die muss ich wieder ein bisschen ineinander reinlaufen lassen. Falscher Pfeil. Falscher Pfeil, falscher 50er. Hier, das wäre jetzt einfach schon mal der grobe Rahmen für die Tür. Und es ist jetzt, wie gesagt, egal, ob ich da jetzt eine Pfeiltür anbaue oder eine normale Tür. Beides wird kompliziert. Die Türgriffe könnten wir als Kettenhalter benutzen. Können wir da zum Beispiel anbringen und da noch einmal im Gegenüber liegen, dann auf dem Brett. Ich baue mir die nur mal als Orientierungshilfe. Wenn ich mir die zwei der wird bald wieder da sein. Der ist, sagen wir mal so, der ist noch beschäftigt. Also ist nichts Schlimmes, dass nach meinem Stand und ich hatte gestern, vorgestern, ich glaube, vorgestern, nee, gestern. Vorgestern hatte ich mit ihm geschrieben gehabt, da war alles gut. Ich hoffe, dass er morgen oder übermorgen, je nachdem wann ich es wieder aufschlägt. Ah, nein, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Es wurden Fehler begangen. Es wurden Fehler begangen. Es wurden Fehler begangen. Vom Winkel her wird das jetzt nicht passen, ne? Boah. Von wegen, das wird leicht. wie soll ich mich weißt? Baba an das Herz perante, Nein, ich bin der Fall. Oh, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das war nicht. Gleich. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Oh, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ja nützt ja nix. Was willst du machen? Ich muss jetzt nur mal den Winkel hinbekommen von der Kette. Bin mir nicht ganz sicher, wenn ich den gleichen Winkel nehme. Nicht den gleichen Winkel. Oh, die Kette. Da war die Kette. Irgendwie muss ich das Spiel ja noch zum noch mehr Ruckeln kriegen. Hmm. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde sie tendenziell auch probieren, ein bisschen durchhängen zu machen, wenn es irgendwo einen Widerstand für diese Tür gäbe. Aber da die Tür da komplett dran hängt, muss die Kette halt auch komplett gespannt sein. Ich habe nur probiert, meinen Logikfehler, den ich hatte, zu überspielen im Reden. Ich kann die Kette hier auch durchhängend machen, wollte ich sagen. Und im Reden fiel mir dann ein, nee, kannst du nicht. Der hier müsste jetzt auch verdreht sein. Der eigentlich auch. Mal eben was ausprobieren. Mal eben was ausprobieren. Mal eben was mit der Kette. Mal eben was lang,싶alig. Untertitelung des ZDF, 2020 Theoretisch müsste der verdreht sein und den hier müssten wir auch irgendwie noch verdrehen. Dann müssten wir da halt noch eine Holzplatte untersetzen. Kommunikation. Ah, ich wünschte Kommunikation, wird der eine oder andere bei mir auf Arbeit auch mal gelernt. Ist aber nicht der Fall, leider. Bis zum nächsten Mal. Oh, Telefonschulung. Achso, okay, was man am Telefon sagt. Entschuldigung. 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 Ich kenne so viele schwierige Leute. So viele. Ich glaube, da hast du einiges gelernt, oder? Ich stelle mir das sehr, sehr interessant vor. Wir müssen dort irgendwie diesen Haltepunkt schaffen. Okay, wenn sie einen nicht verstehen, okay, aber im Prinzip, ja, gut. Es gibt aber auch so einen nicht verstehen und so einen nicht verstehen, ne? Es gibt auch einen nicht verstehen wollen. Gefällt mir das? Das gefällt mir nicht, ne? Das gefällt mir gar nicht, was ich hier gerade baue. Also das andere gefällt mir wirklich gut. Ich bin aber bei solchen Menschen manchmal nicht sicher, ob die das mit Absicht machen. Ich bin da. 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 Okay. Es wird gleich garantiert wieder außer Spesen nichts gewesen, aber nun gut. Naja, war so klar, war so klar. Er verschiebt das zwar, aber nicht auf der richtigen Achse. Ich bin da. Ja, siehst du, vielleicht ist das auch ein nicht verstehen wollen. Ich bin da. Ich bin da. Okay, das habe ich soweit im Griff. Das ist in Ordnung. Was ich jetzt noch gerne machen würde, wäre einmal einen Rahmen drum herum bauen. Da drauf bauen. Das gehört sich ja irgendwie bei so einer Tür so. Und wir müssen natürlich noch die Scharniere ansetzen. Sollte jetzt nicht so viel Zeit fressen, ein paar Latten da drauf zu setzen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Die Schacht finish. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also wirklich nichts. Echt, man kann das irgendwann entziffern? Das ist mir unbegreiflich. Ich hätte die Tür rein theoretisch noch ein bisschen tiefer ansetzen müssen, wenn ich mir das so angucke. Aber wie gesagt, das baue ich jetzt nicht mehr um. Das ist mir ein bisschen tiefer ansetzen müssen, wenn ich mir das so angucke. Das mag sein. Da gebe ich dir recht. Das macht mit Sicherheit einen Unterschied, ja. Jetzt sehe ich die Frage, ob wir die Wände noch mal umbauen. Und hier noch so kleine Fenster einsetzen. Obwohl, da habe ich eine Idee mit den Fenstern. Finde ich auch. Die haben sie hübsch hinbekommen. Ja, die Musik ist aus. Geht doch. Die haben sie hübsch hinbekommen. Ah, das ist so ein kleines Eckproblem wieder, was ich hier natürlich bekomme. Das ist natürlich nur meine Meinung vielleicht. Aber dadurch, dass ich hier die Ecke nicht abrunden kann, stört mich das natürlich ein bisschen. Und wenn ich es andersrum baue, dann habe ich halt keine Probleme in dem Sinne. Ach, Quatsch. Guck, dann gehen die Ecken ineinander. Und dann gehen die Ecke. Und dann gehen die Ecke. Und dann gehen die Ecke. Kamera, mach nicht diesen. Ich taste mich mal ein bisschen ran mit der Kamera. Und dann gehen die Ecke. 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 Jo, 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 jo. Also. Dann gibt es doch die Option. Ich will jetzt nicht aus der Gruppenbearbeitung. Beleuchtung war es nicht. Natürlich cool, das offen zu haben mit Fackeln und sowas da drin. Aber das kann ich hier unten nicht umsetzen. Es gab doch diese Lichtplatten, die man auch verschieben konnte. Wie hießen die denn? Das waren so flache Module. Waren das die? Uff. Das wäre jetzt doof, wenn es das nicht wäre. Jetzt müssen wir mal abwarten. Ich würde da gerne so Stein noch dazwischen sitzen oder Metall. Stein oder Metall da noch als Gitter reinsetzen. Hm. 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 Das Rohr ist es nicht. Stahl war es nicht. Hm. Nee, das Holz ist es nicht. Das wollen wir nicht. Müssen wir überlegen, was wir da reinsetzen wollen. Ups. Unten ist noch die kleine Kette. Die Kette muss auf jeden Fall noch weg. Ah, Bambus kannst du da nicht vorsetzen. Das sieht nicht aus. Ein Beton ist zu groß, zu gerade, zu groß, zu groß. Das ist ganz cool. Das können wir uns mal beiseite legen, dass es die auch etwas größer gibt. Ist angenehm. Ist das nur mal größer, oder? Ich glaube ja. Es ist zu. Es ist zu. Too much. Alles. Jojo. Ist gleich. Okay. Und zu überlegen, ob wir da Holz einsetzen. Das wir halt eine Optionen. Das ist zu viel. Die stellen wir uns trotzdem mal dazu. Da holen wir uns mal so ein paar Wilde. Limpel. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir die verarbeiten wollen. Da hast du ja auch eine Option für die Fenster. Ja, okay. Na ja. Das sind Ziegelsteine angemalt. Das passt nicht. Oder bauen wir das aus Stein da ein? Wir können das mit dem gleichen Material machen und könnten ... Oh Mist, was ist denn da los? Ach, verdammt. Ach, die hat er vorhin in die Transportbox gesteckt, ne? als sie uns verklickt hatten. Kann das sein? Ja. 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 Das kommt aber heraus, wenn man nur am bauen ist. kann man uns kurz mal um die Tiere ... Ja. 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 Dann mach ich auch ganz kurz Pause. Äh, bin gleich wieder hier. Kleinen Moment, ja? 。 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber schön, dass du da bist Und ich tue mich genauso schwer wie sonst auch immer mit manchen Bauteilen Es hat sich nicht viel verändert Was macht dein Projekt? Wie geht's dir? Bibi Nee, das ist nicht das, was ich möchte Ich lese es sofort Ich lese es sofort Lauf nicht so schnell fort Oh, krass, das gibt's als Tor so Nice Kann man extra kaufen, stark Oh, in rund Nicht ruckeln, nicht ruckeln Das könnte mir gefallen Das könnte mir gefallen Wo hat sich ein Tier verletzt? Das wollen wir nicht Ich hab gar keine Meldung Wow Man prägt, aber ich hab da etwas weniger Zwischendurch Da krieg's immer die Luft raus Gerade wenn ich ein interessantes Spiel finde Aber ich hab ja keinen Zeitdruck Ja, das stimmt Wenn man interessante Spiele spielt Dann ist das sowieso immer schnell weg So was Ich hatte vor niemanden spielen sehen Ich weiß nur nicht mehr genau Welches Spiel das war Das fand ich ganz interessant Da muss ich nochmal drüber nachdenken Und die Skord Hast du spät, Leute auseinanderzuhalten Wenn die im Discord einen anderen Namen haben Zum Beispiel auch Ja, wenn du auf dich damit zielen möchtest Ja, Gilde 3 ist auch interessant Ja, aber soll ja stümperhaft programmiert sein, oder? So, jetzt mal Butter bei die Fische Jetzt soll ja Es soll der Much unter Much sein Sozusagen eine Schande Wir können auch probieren Das Ding noch mittig hinzusetzen Ich seh's ein Das Fenster brauchen wir nachher nur einmal rüber kopieren Wenn es denn funktioniert Ich weiß halt nicht, ob das die richtige Platte ist Und ob wir das eckig da in der Mitte reingezwiebelt kriegen Nee, 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 nee Das wird nix Das ist interessant Das brauche ich für die Tür Ah, ich brauche hier gleich mal kurzes Gras Ich brauche hier gleich mal kurz Gras Oh yeah Das gefällt mir Mir gefällt, was ich sehe Mir gefällt es so sehr Es ist so Ähm Als du gerade sagtest, dunkel Hab ich gerade dann draußen gedacht Draußen ist es jetzt ja auch schon dunkel Aber Es war so warm heute Zwischendurch 19 Grad Ich meine, hey, wir wollen uns nicht beschweren momentan Okay, ihr guckt euch das mit dem Licht an Und ihr sagt, ob das okay ist Oder ob das doof ist Immer dran denken, es ist ein Zoo Es ist alles künstlich gebaut Ich muss kurz mal Pignetics Nachricht lesen Die lese ich euch nebenbei auch noch vor Ich habe die vorherigen Teile nicht gespielt Daher erst nutzer Meinung Das Spiel an sich ist interessant Vom Konzept her Die Grafik gefällt mir auch recht gut Denn in den ersten Stunden war für mich Das Interface, sag ich mal Ein Albtraum Und durch das Tutorial Lernte man auch nicht sonderlich viel Haben wir dann von jemand an Ein Video angeschaut Und dadurch das Spiel Verstehen können Jetzt ist es zu spielen Mal von meinen Geschmack Ein Multiplayer Keine Beschwingung Möglich, einfach zu langsam Okay Ich fand die Steam-Rezession So ultra Erschreckend Na, ich glaube Es ist aber Christo recht günstig Momentan, oder? Geschossen Ah, da muss ich irgendwas mit einem Teil noch drunter machen Oder Ich muss das noch ein Stückchen nach unten ziehen Das könnte ich theoretisch auch machen Wenn du sagst, das ist nicht komplette Grütze Dann wäre das ja nochmal eine Option Dann kann man sich das nochmal angucken Der erste Teil war War geil Aber Ja, da muss ich viel Das ist gut Das ist gut Ich glaube, dass wir es Also dass ich mir Ich glaube, dass ich mir Ich bin kann man das so machen oder sieht das doof aus ich glaube ich habe das früher auch mal gespielt der erste teil war wirklich sick der war cool das primäre problem war wohl während des early access ist entweder schon gewechselt ist hier viele probleme weil man sich erst mal in den code einarbeiten mussten ja das magst haben dass das könnte ich mir auch eher schwer vorstellen du suchst da und sammelt sie aber auch immer so viele hintergrundinfos schon cool ich muss mal eben mir ein paar bauteile markieren und möchte da mal eben was ausprobieren wenn es geht ist gut wenn es nicht geht macht das auch nichts und verfahre ich erstmal mit dem normalen bau und weiter und macht das was ich jetzt mal probiere halt auf screen wenn das klappt kann ich das mit den anderen bauteilen die ich dort noch anbauen natürlich auch gut machen ich vermute befürchte es klappt natürlich nicht und dafür dass ich befürchte es klappt nicht funktioniert das aber erstaunlich gut ich muss mal kurz nach der distanz gucken stück hier noch raus und dann bin ich aber mal positiv überrascht meine damen und herren ich bin positiv überrascht oha ja okay das zieht sich halt so was dann damit muss man halt rechnen so jetzt sind die hier vom winkel her zwar auf anschlag die hängen recht suche aber das sieht doch noch realistisch aus oder eigentlich ist das scharnier hier ist auf anschlag kann sich nicht weiter rumdrehen weil das da anliegt und dadurch dass ich die schräg angesetzt habe ich könnte die kettenglieder halt drehen dann passt es hier oben halt nicht mehr aber hier unten halt das kann ich jetzt halt nicht ändern da will ich auch nicht nicht zu akribisch drauf gucken aber so von der art und weise her ist es doch schon mal realistisch hier kommen dann noch so metall verschläge drauf könnte mir gefallen das ist natürlich auch leichter wenn ich die separat rüber kopieren kann und solange ich in der gleichen baugruppe drin bleibe es ist alles okay das soll werden so ein vivarium terrarium und zwar für meine fledermäuse also zumindest hier sollten zwei drinnen sitzen da sind zwei drinnen klein scheißers und das sind die neuen vivarien wurde durchlaufen kannst die habe ich selber erst vorhin gesehen und das ist jetzt mal so der erste versuch mal so ein gebäude drum herum zu bauen damit die dann durchlaufen können als natürlich auch schick aus glas lassen und solchen sachen aber warum sich nicht mal wieder ein bisschen ausprobieren jetzt tatsächlich mal wieder ein bisschen neuer content ja jetzt kann man wieder was exakt exakt dann hast du meine wombats noch gar nicht gesehen da warst du noch gar nicht da dann zeige ich dir gleich meine wombats das beste hat er verpasst die wombats jetzt jemand neues im chat ist und eine parkführung haben möchte einfach einschreiben irgendwann du hast doch gesagt du hast zeit ich bin eine lange nacht 23 30 kommt er erst die parkführung könnten moment dauern das stimmt parkführung ging nicht so schnell hier manchmal habe ich auch ein bisschen mehr redefluss dann zeige ich dir meine wombats Pretty��서 ah hier sind die wombk mimense eigentlich sollten wir die leisten krokodile ja durch den tunnel durch in der tunnel ist wieder zu gewesen weil ich dachte Die Leistenkrokodile verirren sich im Tunnel. Und dann gibt es so ein Chaos wie bei den Pinguinen. Irgendwann ist der Tunnel zu. Und hier sind jetzt Wombats. Da ist ein Wombat. Oh, verdammt. Entschuldigung. Hast du recht. Das war im Eifer des Gefechts. Die Verwechslung des Geschlechts war im Eifer des Gefechts. Wombat. Oh, ein Auge zu. Ein Auge auf. Er zwinkert zu. Hallo. Heute gibt es so viele Tiere bei mir zu gucken. Und Taschenspieler ist nicht da. Mega. Allein die Fledermäuse, die haben sie auch gut gestaltet. Obwohl sie so winzig klein sind. Da probiere ich nachher nochmal näher ranzukommen. Ja, das ist eigentlich recht schlicht gehalten. Kurz den Wasserfall an. So ein bisschen geplätschert. So eine kleine Höhle. Können sie so ein bisschen dran schlafen und nass werden, wenn sie Bock drauf haben. Feuchte Höhlenspiele. Und ja. Das haben wir vorhin schon mal fertig gemacht. Ist jetzt nicht ultra spektakulär, aber für zwei, zweieinhalb Monate Pause, Bastelarbeit, fand ich das ganz okay. Ja, 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 ja. Und das ist immer noch ein Träumchen hier. Ein Träumchen. Gefällt mir. Wir waren vorhin sogar Gäste. Ich bin begeistert. Ja, der wäre kritisch. Das stimmt. Das stimmt. Ich muss mir jetzt überlegen, was und wie ich oben mache. Die Sims 4 ist jetzt tatsächlich kostenlos. Du brauchst für die Add-ons nur noch 1200 Euro, dass sie bezahlen. Keine Ahnung, wie teuer das ist. Nur ultra teuer. Irgendwie soll der fünfte Teil bald rauskommen, ne? Nee, nicht Design. Wir wollen Inhaltspaket. Wir wollen Dämmerung. Dämmerung. Oh, cool. Hier fehlt am Tor noch so ein bisschen was. Weißt du? Ich glaube, ich mache die Metallverschläge von der unteren Seite. Oh, yeah. Ich brauche diese Querstrebe gar nicht. Guck dir das mal an. Oh, yeah. Oh, yeah. I love it. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Oh, yeah. Oh, sorry. das fenster rechts sieht besser aus als das links oder ja das ist wirklich schweineteuer wobei natürlich die mod community dahinter riesig ist also ich weiß gar nicht gibt es den workshop über über steam dazu ja natürlich ist natürlich ein netter hintergedanke dass sie das gratis anbieten es könnte ja sein dass du dir die addons kaufen möchtest und dann kaufst du jetzt noch ganz schnell bei uns und gibt es dafür natürlich noch mal extra geld aus was du natürlich nur machst falls das hauptspiel ja schon gratis gab weil sie ja so großzügig waren also war ist halt so ne da komme ich jetzt mal irgendwo noch mal an das gitter ran da habe ich aber auch gut eingebaut man mann tja ich glaube das werde ich noch mal neu sitzen ich glaube das fange ich nicht mehr ein das sitzt dazwischen das jetzt irgendwie dazwischen das muss ich noch mal neu platzieren ist auch nicht so schlimm so ein aufwand ist es jetzt auch nicht muss es natürlich ein bisschen mittig platzieren ist klar kann ich das hier drüben auch und dann kopiere ich das dann einmal rüber die andere seite und dann ist gut für mich selbst ist sims jetzt nichts damals noch eine schwester gekauft ich möchte ja es ist natürlich kannst du auch extrem viel bauen wenn du willst und das zeit friedlich ich finde die möglichkeiten die du halt bauen kannst sich kreative ausleben finde ich halt ganz cool daran gemacht was zumindest mit addons respektive der mod community dahinter es ist so viele möglichkeiten irgendwelche sachen zu bauen und zu verändern ich habe das vorher gewusst hätte ich mir das hin und her gejuckelt hier mit den bauteilen sparen können das war nichts der rahmen kommt wieder durch vielleicht baue ich auch noch mal ein fenster sauber auf und kopiere sie mir dann rüber aber ich denke das ist okay da kann ich mit leben die metallbeschläge müssen wir noch anmachen ich denke auch die vielfalt die star gibt alleine schon schon immens ich bin halt online auch nie richtig warm geworden mit art muss ich zugeben uns überlegen ob wir das irgendwie noch als verstärkung unten irgendwie anbauen wollen wir wissen jetzt so wie die fenster aussehen das heißt wir müssen mal wieder richtung tag kommen wir wir werden die spitzen von hier unten anbauen dein mann spielt das ich glaube das hast du mal erzählt ja ist zu lang geschienen aber klar warum habe ich das denn überhaupt probiert spielt er online oder offline nein ich habe die namen nicht verwechselt ich habe das schon richtig gelesen ich habe das schon richtig gelesen so probieren wir die mal rüber zu setzen und dann können wir dort mit glück die spitzen noch aufsetzen und dann kopieren wir uns das einfach rüber abonniere 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 es ist aber es heute ist ein bisschen schmäler also ich als einzige kämpfer wollte ich sagen war da immer auf verlorenem posten auf dem server sie ja es geht aber es hat keinen spaß gemacht ok in arc 2 schon ja siehst du ich habe das noch nicht so viele stunden gespielt muss ich zugeben den ersten teil so alleine rum dümpeln und so hat mir auch spaß gemacht ich bin mir nicht ganz sicher ich finde die zähne nach unten cool ich weiß noch nicht ob es übertrieben ist und ob ich jeden zweiten rausnehmen wollte alle zähne stehen lassen oder die hälfte rausnehmen die die blauen markiert sind es ist natürlich toll dass der wimpel der gerade runter ist hervorragend hälfte raus sagt sie 50 50 machen das einfach mal in pignetics hier wieder zu lange schreibt hat er selber schuld er schreibt nämlich immer so viel obwohl er ziemlich schnell schreibt ja ich denke auch jetzt muss es halt mal wieder tag werden damit wir noch ein bisschen mehr sehen aber ansonsten mit den kettengliedern gefällt mir das ganz gut wenn wir überlegen ob wir das mit den fackeln ob wir hier oben noch mal eine setzen damit es überhaupt ein bisschen zu geltung kommt die ganze arbeit im dunkeln ja ich denke das ist perfekt das stimmt das stimmt doch ich habe alles 86 86 hat das auch viel gespielt meinst du das von ne 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 ich meine niemand anderen ich muss noch ja noch mal gucken wenn ich nachher zeit habe und platz auf dem monitor irgendwie sind drei monitore zu wenig aber echt schon überlegen ob ich mir noch einen zusätzlich hole der dann allerdings mehr auf die rechte seite dann hier noch mal platziert wird weil hier links habe ich einen das ist ganz okay oben habe ich noch einen und meinen hauptmonitor zum zocken das ist in ordnung aber hin und wieder noch mal die ein oder andere info bekommen zumal ich hätte gerne den chat rechts irgendwie hier hätte auf der seite jetzt habe ich ihn links und ich glaube ich baue das mit teil wenn zählt ist von hier unten ran ich war mir überlegen ob ich das jetzt rüber kopieren die bauteile ich lasse das aber selbst wenn ich nachher hundert stück rüber kopieren muss aber wenn ich die eine seite fertig habe dann dann brauche ich sie einfach nur drehen und rüber kopieren wir waren eh dabei respektive ich war dabei ich lasse mich immer so schnell ablenken dass ich überlegen wollte wie ich das mit dem dach mache ja ich habe ja gesagt wir bauen hier auf jeden fall noch fliedermäuse gehört sich ja wohl auch für so ein zoo oder die so fledermäuse außen dran hängen aber ich bin ich bin ich bin ich bin Können wir vielleicht noch eine so an das Tor hier ranhängen? Nee, halbliegend ist mit Sicherheit auch nicht so einfach. Tierwasserspeier. Oh, nice. Nee, 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 die sind aus Holz oder Stein. Nicht, was du wieder denkst. Wie lustig. Kann man sich überlegen. Ich muss mir was wegen den Türmen überlegen. Also klar, die Seiten müssen auch noch, das ist selbstredend. Aber ich muss irgendwas mit den Türmen machen. Nee, um Gottes Willen, das möchte ich auch nicht. Oh, Schreck. Ach, ich hatte vorhin die Idee von so Türmen, die hier oben drauf stehen. Ne? Ich bin nicht ganz sicher, ob mich diese wirklich glücklich machen. Ich bezweifle es halt. Ich habe die Idee von einer Mauer gehabt. Ich probiere es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gelassenheit, oder? So. Genau. So. 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 rootsIGHter Es gibt ja so ganz verrückte Menschen. Ist ja völlig skurril, ein Fledermaus-Turm. einen Fledermaus-Turm an einer Fledermaus-Höhle ruft. Nee. Also, wir kommen auf solche Ideen. Das ist ja schrecklich. Schreckliche Ideen hier. Schrecklich, schrecklich. Er ist ausgestopfte Tiere, die hier angeblich hängen. Wir müssen hier gleich probieren, irgendwelche Mauerstücke oder sowas zwischenzukriegen. Ich weiß, irgend so ein Turm wäre cool. Müssen wir mal gucken, wie wir das umgesetzt kriegen. Ich weiß, was du meinst. Schon. Oder ich weiß wahrscheinlich nicht, was du meinst, aber ich probiere es zu denken, was du meinst. Es gab doch immer diese Skischaden sozusagen. Irgendwie sowas wäre halt total cool. Und hier könnte auch ein Restaurant irgendwie auf die Ecke kommen. Aber wir wollen doch keine Mods. Wir wollen selber bauen. Ja, es gibt so eine Art Verzierung, so eine Art Steine, wie ich meine. Ich weiß, was ich auch nicht. Wir wollen nur noch auf den Hände geben, sondern auch auf den Hände geben. Ich bin niemals auf dem Hände, nach der Hände geben. Ich bin niemals auf dem Hände. Ich bin nicht auf der Hände, nicht auf dem Hände werden. Ich bin nicht auf der Hände, dass ich gerade aus der Hände gebe dir das. Untertitelung des ZDF, 2020 Juhu, ruckelfreies Bauen. Oh yeah. Mal eben was gucken. Ob wir das so wollen. Das war, ups, jetzt hab ich ihn weggeklickt. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon kopieren. Ich wollte schon kopieren. Verdammt. Schon wieder gefettfingert hier. Ups, die sind alle Millimeter zu hoch. Müssen wir alle noch ein Stückchen runterschubsen. Wenn wir dort dann die Hälfte der Steine rausnehmen. Also wieder so ein bisschen probieren, Richtung mittig rauszunehmen. Es haut nicht hin. Nicht anders platzieren müssen. Wenn ich jetzt prinzipiell trotzdem als Abschluss nicht ganz so schlecht, wenn es komplett fertig ist, könnte man sich das immer noch mit einem Turm hier überlegen, den man hochzieht. Ich würde vermutlich probieren, so ein paar Steine so leicht zu verschieben mal. Aber erst wenn ich die Wand gesetzt habe komplett. Hätte ich auch unten bauen können. Aber dann ist das so. Irgendwie ist die Zeit ein bisschen rum. Und dann ist das so. Und dann ist das so. Und dann ist das so. Da fehlen die zwei kleinen Steine hier. Okay. Soll ich die noch eben rüberziehen? Hätte ich das mal von innen markiert. So. Und jetzt, wie gesagt, wenn ich dann da zwei, drei Steine drin noch ein bisschen verschiebe und ein bisschen krumm rücke und so, dass sie hier leicht umsetzen, dann wäre das doch gar nicht so schlecht. Die müssen alle ein bisschen runter. Da habe ich natürlich auf einem Stein angesetzt gehabt und habe das natürlich auch so fortgeführt. Erweiterte Bewegung. Ein bisschen nach unten. Und dann. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin mir unsicher, ob mir das gefällt. Ich bin mir wirklich unsicher, ob mir das gefällt. Ist das cool? Ich weiß das noch nicht. Das muss ich mir tatsächlich mal überlegen. Ähm. Ich würde für heute mal so langsam den Stream ausmachen. Das erste Mal Stream. Cooler Stream gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die alten Gesichter wieder zu sehen. Ich würde vermuten, dass ich morgen Nachmittag gleiche Zeit, vielleicht ein bisschen später auf jeden Fall noch mal online bin. Ich wünsche euch einen super, super schönen Abend, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten. Ein schönes, langes, erholsames Wochenende. Geht das jetzt in ganz Deutschland mit Montag Feiertag? Oder sind das immer noch Ausnahmeregelungen? Bin ich überfragt. Äh. Ja. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, schaltet ihr nächstes Mal wieder ein. Vielen, vielen Dank. Und... Bitte gerne. Ich würde sagen, bis nächstes Mal. Danke. Ciao, ciao. Wie immer, Chat bleibt noch kurz auf.